Diese ganzen Lachereien. Der beste Mann ist wieder live. Ja, Amen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, nicht mir. Wieso hast du... was? Aha, hier möchte jemand schon wieder komisch sein. Dann kriegst du ein Stummschaltpaket. Da hat jemand ein Stummschaltpaket gebucht. Kein Problem, Dr. Sheikh Abouamil gibt euch ein gutes Stummschaltpaket. Universitätsprofessor der Hetzologie, genau. Das ist Dr. Sheikh Abouamil. Ich habe mir gerade hier bei TikTok, habe ich ein bisschen rumgescrollt, da habe ich schon wieder diesen Sheikh Al-Hakim Al-Azim Al-Hakim heißt der Typ. Sheikh Al-Hakim Das ist eine hohe Autorität. In Saudi-Arabien, glaube ich, lebt er. Und der hat seine eigene Fernsehschung. Der verbreitet seine ganzen Thesen über das Fernsehen für Millionen von Muslime. Und ja, da hat in einem seiner Predigten so gesagt, was die Muslime dann halt vorhaben in geraumer Zeit, wenn sie die Oberhand haben werden. Hört euch das mal bitte an. Also wenn die Muslime irgendwann mal Eroberungsfeldzüge machen, dann werden sie euch nicht sofort töten, sondern euch drei Alternativen anbieten. Islam, Kopfgeld, diese Jizya, oder halt den Kampf anzutreten gegen sie, ne. Guck dir das mal hier. Guck dir das mal. Allah obliged upon you to pay taxation. Taxation. Steuern. When enemy comes and attack your country. Und im Gegenzug, wenn dann Feinde kommen und dein Land angreifen, da brauchst du nicht zu kämpfen, sondern die Muslime machen das dann. Aber dann frage ich mich allen Ernstes, wenn die Muslime dann die gesamte Welt islamisiert haben, was gibt es dann da noch für Feinde, die bekämpft werden müssen? Ist ja sowieso alles islamisiert. Also ist es nur eine Unterdrückung, das war's. We don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah, for this little money. For this little money. And you enjoy sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia. The ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornication. If they refuse, then you have to fight. Siehst du? And if we fight. Wenn wir das ablehnen, dann müssen wir bekämpft werden. Wahnsinn, ne? Ein Scheich, der die volle brutale Wahrheit sagt in seiner Predigt und damit auch kein Problem hat. Ja, wenn wir ablehnen, den Islam ablehnen, dann müssen wir bekämpft werden. So wie Mohammed das gesagt hat. Then we capture you, you become our slaves and we take your land and you take your... Because you refuse, I give you too good off. Und wenn wir euch besiegen, dann nehmen wir euer Land weg und werden euch versklaven, werden euch alles wegnehmen. Ich habe euch doch zwei gute Optionen gegeben und ihr habt es abgelehnt. Guckt dir das an. Und wenn man das den Muslimen antut, was meinst du, wie das Geschrei groß ist, ne? Ist das zu fassen? Das hat der Mohammed angeordnet. Stell dir mal vor, der deutsche Staat ordnet morgen an, Deutschland bekämpft alle Muslime, weil ihre Ideologie so dermaßen schrecklich ist, dass sie uns eines Tages versklaven wollen. Was meinst du, wie die Muslime sich fühlen würden? Das wäre eine Katastrophe, wenn man das anwendet, was Mohammed da angeordnet hat, an ihnen. Überleg ganz gut, mein lieber Muslim, in was für eine Religion du eingetaucht bist. In was für eine Religion du geboren wurdest und was das für eine Religion ist. Überleg ganz gut. Hör auf zu hetzen, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, der hat sich auch ein Stummschaltpaket, der hat sich auch ein Stummschaltpaket gegönnt hier. Nein, komm, lass den gar nicht. Der hat mich beleidigt. Ah, der hat beleidigt. Okay, alles klar. Gott segne dich, aber leider musst du, hast du ein Stummschaltpaket gebucht. Ich komme jetzt in den Tunnel rein. Let's, fetz. Ich komme jetzt in den Tunnel rein und erst, wenn ich wieder draußen bin, dann ist die Verbindung wieder da, weil dieser Tunnel ist sehr, sehr extrem. Könnt ihr mich jetzt hören? Vielen Dank für die Geschenke, ihr Lieben. Dankeschön. Ich weiß, es sind immer nur Kleinigkeiten, aber dass ihr das so immer so reintut und sowas, das ist sehr, sehr lieb von euch. Egal, ob es ein paar Cent sind oder nicht. Völlig egal, ob ihr es gibt oder nicht. Ich werde es trotzdem weitermachen. Ich werde trotzdem meine Arbeit fortführen und uns geht es hier nicht ums Geld, sondern darum, dass die Menschen aufgeklärt werden und dass sie eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus treffen. Nur am Betteln und am Hetzen. Nee, dann würde ich ja die Leute dazu animieren, da hier bei irgendwelchen Matches mir da Geld zu spenden. Ja, kommt Leute, jetzt! Alles mal zwei! Jetzt will ich euch sehen! Jetzt, Leute! Jetzt ist mal zwei! Alles! Voller Rosen, bitte! Sie, Barella Hotchip Challenge, ja genau, Hotchip Challenge. Nein. Es geht hier um viel mehr als diese paar Euros, die man durch Manchester macht. Es sind auch weltliche Leute, was haben wir damit zu tun? Aber ich meine, wenn jemand das macht, dann soll er es machen, nicht. Dann ist das seine Sache. Aber ich meine, aus unserer Perspektive her... ich weiß, also ein bisschen. Sie sind das ist ja sehr. Hallo? 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 irgendwie warum irgendwie machst du auf christmann sieht es schon anders so in wir machen wir noch jemand aber ich habe ihn schon mal gesehen alles gut ich bin ja nicht schrien anfängt immer sofort aggressiv zu werden ich mach keine matches das wollte ich nur sagen da machst du kein match ist aber da ist so dann bist du nicht richtig bin ich nicht richtig die hat mir doch eine anfrage geschickt warum machst du sowas warum ich sowas mache nämlich du schirin ach so schirin david warum machst du so was ja jetzt ja meistens halt mal die luft an ich guck mal bitte sein fast er hat doch was gefragt antwortet doch mal jemand ich bin doch am reden warum wirkst du warum wirkst du wenn du redest wo ist deine fraulichkeit wo ist deine weislichkeit warum redest du so wie haftbefehl warum okay lassen mich jetzt aussprechen kann doch nicht wahr sein warum seid ihr frauen alle die männer geworden haben die wache gesprochen handel lach warum warum redest du so wachst du ein typ sein ist im falschen körper geboren worden oder was ein song haarschnitt an mit diesem seiten scheiteln guck mal das kann doch nicht wahr sein mann er will mir sagen er ist christian hallo schirin der antwort er gebe ihnen eine vernünftige antwort sei du mal ruhig unglaublich keinerlei weislichkeit lässt sich keine sanft und nichts einfach wie so hartbefehl was soll das war jetzt weiß ich warum ich schwöre nur das kannst du nur das kannst du ich schwöre damit keiner reden kann guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal unglaublich ist wie mich so was aufregt was habt ihr euch euch gemacht ihr ganzen menschen hier deutschland was habt ihr euch gemacht seid ihr alle wie männer geworden wunderbar habt ihr gut gemacht ablenken weil ich ihn ex einer schlimmer wie der andere hier von euch leute ex moslem ist moslem der tut nur auf christus sein content er tut nur auf christ genau deswegen ist es mein leben hier aufs spiel er tut nur aufs christ deswegen wünsche ich dir denn jesus christ sein er tut nur auf christ sehr gute logik man merkt du bist eine atomphysikerin man merkt das schon man merkt du hast in frankfurt studiert du hast in offenbach studiert man merkt was deine mission was deine mission erzählen meine mission ist dass du die wahrheit gesagt bekommst dass du wenigstens die gedanken was um deine ewigkeit und ich damit beschäftigt bis dich wie ein junger anzuhören werde mal wieder wie eine frau was tut das zur sache dass uns männer männer sein und du sollst wieder eine frau sein so achim da aus und du sollst mich liegen mit deiner religion gibst du dass du moslem bist und kein christ guck mal wieder aussieht du bist 100 prozent schierer du bist doch iraner alter zu schweizer zu labern warum redest du wie ein mann wo rede ich wie ein mann was dein problem ja wie was mein problem ich möchte dass du wieder zurückkehrst zu deiner weiblichkeit junge und du sagst mal dein content wechseln und wieder islam content machen was laberst du alter freitag sieht man nicht in der moschee was laberst du alter leute hört mal wie die reden das ist unglaublich und so wie sie sind millionen von diesen ganzen mädchen hier in deutschland was laberst du was soll das machen wer hat euch sowas beigebracht ist das cool so zu reden ist das cool so zu reden welcher man auf der erde würde so eine frau nehmen die so redet selbst wenn du hübsch bist selbst wenn du gut aussiehst sagt mir das nächste ein mann will einen zweiten mann zu hause haben oder was halt doch mal die luft an fahr mal deinen traktor weiter junge so unfassbar komm wieder zurück zu seinem ursprung als frau sanft mit dich ruhig und nicht alter was geht ab und hier dies das jenes als würde ich mit haftbefehl reden in mit langen haaren sagen darüber dass ich will jetzt nicht aber ich bin erst mal mit die leidenschaft gar nicht in der richtung aber so wie ein mann redet so ein bisschen aggressiv und jetzt was interessiert euch das nämlich dass ich das nicht aber wenn ich irgendwann von euch bin ich eure schwester bin ich eure cousine bin ich irgendwas nein ja aber du von dem ist du kommst hier lai du kommst da zu beleidigen mal halt die luft an egli du auch alter kümmer dich um deine dauer wille nein er hat recht wer will so eine freundin haben da kommt nach hause ich war unten ich war und in meinem frühstücksraum ich bin nicht so hochgegangen wenn ich so geredet habe die ganze leute gucken mich an ich bin jetzt mal um ein suite gekommen und sagt bleibt mein suite besser wir sind auf dem nullpunkt angekommen hier in deutschland glaubt es mir das ist so ein schlimmer zustand unfassbar der junge hat die entlarvt jetzt keiner hat keinen freund die steht morgens auf und dreht sich schon geschminkt von gestern ich habe das ist mein mann mein wahrhaftiger bruder ist so stark nur gegenüber frauen ja ich bin auch stark gegenüber allen aber hier geht es ja nicht um einen physischen kampf verstehst du hier geht es um ein bisschen geistigkeit ein bisschen intelligenz an den tag zu legen richtig und da sagt mir dein stand dort trau dich mal entweder du sagst dein stand dort seht ihr leute seht ihr leute die kommen sofort rein und bedroht er kann mir weder physisch was nichts kann nichts kannst du mir nichts kannst du mir seid ihr seid die größten stück nach könige seid ihr siehst du siehst du siegte dich für deine beleidigungen und für deine bedrohungen denn das ist das einzige was du kannst das einzige was du kannst du wirst das ewige feuer spüren sagt der nicht betet und gar nichts macht guck dir das waren du wirst du wirst brennen insha'allah brennen sollst du du bist muslim ne hang du bist muslim ne guck mal mein jaro in deine du wirst du hast mir das benehmen eines muslims an schaut euch das bitte an der prototyp eines muslims guckt euch das an leute der prototyp eines muslims guckt euch das bitte an du hast kein anderen content wenn du wenn du und segne dich und deine familie Gott segne dich und deine familie Gott segne dich mit deinen beleidigungen Gott möge dir ein langes leben geben Gott möge dir deine augen öffnen das ist das einzige was du kannst das einzige was du kannst ganz trauriger zustand ganz ganz trauriger zustand möge der herr dich schicken möge der herr deine augen durchgehend nur noch man kann gar nicht das ist kein dialog du bist mit dir selber am reden ich habe ihn gerade exposed er ist eigentlich muslim guck mal jetzt kommt wieder hafftbefehl daneben der einzige das ist das einzige was die kommt ja das sind diese ganzen leute die auf tik tok diese fitna zeugs machen das war einer von denen ja bist du nur stark gegenüber frauen und so das ist so heftig er sollte seinen koran holt igli zumindest wieder rein ja der war wenigstens der einzige der rational denken konnte die anderen beiden waren ja fernab von iglischer realität der konnte nichts anderes als beleidigen der da unten rechts und die da oben also die haftbefehle die rambolina die hat ja nur noch geredet wie haftbefehle heftig ich schwöre alter das ist so unglaublich aber möge der jesus christus diese leute segnen möge der herr ihnen ihre augen öffnen dass sie wieder ihr ihr verstand benutzen und aufwachen aus diesem halbtraum wo die sich befinden du hast doch angst sehr natürlich klar ich habe sehr sehr große angst der war terrorist was willst du was willst machen nimm nicht den herrn in dein mund ich glaube hier möchte auch jemand ein stummschaltpaket bekommen bitteschön du hast gebucht möchtet noch jemand ein stummschaltpaket buchen oder möchtet ihr euch benehmen hihihihihihihihihihihi nur heute gratis stummschaltpakete ja natürlich das drückt im fleisch dass so ein kleiner junge wie der mich aufs übelste beleidigt aber was sollen wir machen der herr hat gesagt wir sollen die segnen ich würde ihn auch am liebsten von oben bis unten beleidigen und dann was ganz anderes noch machen aber nein das hat der herr mir nicht gefohlen deswegen segnen wir uns beten für ihn. Beten für ihn. Ja, das hat der Islam ja abbekommen. Was meint ihr, wie verhasst der Islam auf der gesamten Welt ist, aufgrund auch von solchen Leuten wie ihn? Aufgrund von Muslime, die halt nicht sich benehmen können und diese Worte aussprechen. Unglaublich. Verhasst in der gesamten Welt. Da kommen auf einmal diese ganzen TikTok-Muslime. Habt ihr die gesehen? Boah, hier weg. Das ist das. Da sagt die noch eiskalt, der ist immer noch Moslem, der tut's auf Christ. Wäre fast der Worte, der tut's auf Christ. Hör mal, du lachst selber und du redest selber. Was ist dein Content? Was ist dein Ziel hier überhaupt? Mein Ziel ist es, dir zu zeigen, dass der Islam nicht die wahre Religion ist und dass der Herr Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist. Nach welcher Ansicht ist das? Ist das dein eigenes, verficktes Gehirn oder was ist das denn? Danke für dein Gespräch. Gott segne dich und deine Familie. Du beruhigst dich wieder. Warum, warum? Habt keine Angst. Hallo. Wie die Reden, wie die Reden. Morgen, Amir. Hi. Was segne dich und deine Familie? Bei dir auch. Mach dir keine Sorgen. Der war nur eine Gange nachher, dieser Typ von vorher. Ist nur am Scheißelaber in TikTok. Ich weiß, ich kenne diese Leute. Wenn ich manchmal auscrawle, sehe ich diesen Typen, der gerade unten rechts war. Fernab von jeglicher Realität. Da ist nur Luft. Nur Luft. Aber kann man doch eine Ansage machen bei dir? Hat es ja doch richtig beleidigt, oder? Was sagst du? Eine Ansage. Solche Leute, wenn... Eine Ansage? So, mit richtigem Video, richtig... Face. Ja, lasst dir egal. Möge der Jesus Christus dir segnen. Die sind ja in der Welt. Was würdest du erwarten? Normal. Nee, in letzter Zeit die Magie traut sich viel zu viel. Das ist auch nicht gut. Naja, Amir. All the best. Macht dir keine Sorgen. Lasst dich nichts anders machen. Werft all eure Sorgen auf den Herrn Jesus Christus. Genau. Ich mache mir keine Sorgen. Alle Sorgen auf den Herrn Jesus Christus. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Macht dir keine Sorgen. Wie gesagt, schön dach genug. Okay, alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Ciao. Hallo, Amir. Alles klar? Ja, bei dir, Gott segne dich und deine Familie. Allah möge dich auch segnen, ja? Amir. Amir, ich wollte dir mal was sagen. Nein, nein, ganz kurz, bevor du jetzt wieder so grinst. Ich wollte dir mal was sagen. Du bist doch hier, um Leute aufzuklären, was der Glaube ist, wie der Islam ist und so. So, jetzt sage ich dir mal was. Stell dir mal vor, Jesus würde die Menschen aufklären, so wie du es machst. Denkst du, die Menschen würden Jesus folgen? Natürlich. So, wie du das machst. Mit deiner Persönlichkeit. Ja. Ich glaube nicht. Es gibt immer, es gibt immer Leute, es gibt immer Leute, die sich von irgendwen überzeugen. Liebe, liebe christliche Community, ganz ehrlich, würde Jesus Christus den Menschen so predigen, wie jetzt Amir es tut, auf diese Art und Weise... Was meinst du, was meinst du, wie der Herr Jesus Christus die Pharisäer betitelt hat? Hand auf den Herd, sag mal jetzt ehrlich. Mein Lieber, mein Lieber, was meinst du, wie der Herr Jesus Christus die Pharisäer betitelt hat? Auf jeden Fall nicht so wie du, der hat die Persönlichkeit... Der hat die Teufelskinder genannt und so, Ottern gezüchtet. Teufelskinder. Auf jeden Fall nicht so wie du, der die Persönlichkeit angreift, Leute... Äh? Ja, bitte komm, mein Lieber Gott segne dich, bitte, bitte, komm. Komm, das reicht schon. Mein Herr Jesus Christus hat mit scharfen Worten gesprochen. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen und hat ausgesprochen, was ausgesprochen werden musste. Daher sprechen wir auch das aus, was ausgesprochen werden muss. Und fürchten uns nicht. Denn Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Egal was für Konsequenzen auf uns zukommen, das spielt gar keine Rolle. Wir stehen zum Herrn Jesus Christus. Wir werden die Finsternis offenlegen nach Epheserbrief und keine Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken und sie vielmehr aufdecken. Und dazu gehört auch der Islam. Und wir werden weiterhin Gas geben. Ja, das sind Leute, die sich niemals damit beschäftigt haben, was die Bibel im Kern sagt. So ist das. Klar kann man über die Art und Weise manchmal ein bisschen diskutieren. Natürlich bin ich immer noch ein Mensch, der hier und da auch ganz normal hier und da lacht und macht und tut. Aber im Kern siehst du, dass ich niemals jemanden persönlich beleidige, seine Familie beleidige oder sonstiges. Ich werde ja immer beleidigt. Das seht ihr alle. Ich werde ja immer beleidigt. Die ganze Zeit. Was macht Dr. Scherer? Familie? Er segnet. Gott segnet dich. Gott segnet dich. Gott segnet dich. Wann fahren wir nach Iran? Ja, gar nicht. Erst wenn das islamische Regime im Iran nicht mehr existiert, dann können wir den Iran wieder betreten. Ansonsten nicht. Ich werde ja immer beleidigt. einen schönen guten morgen ich habe eine frage an dich amir und zwar wie stehst du zu dem thema der verschiedenen christlichen konfessionen also mir fällt jetzt öfters auf auf tik tok dass auch christliche gruppierungen so ein bisschen gegeneinander gehen aber sollte das nicht da auch eine gewisse gemeinsamkeit oder zusammenhalt unter den christen geben wie siehst du ja aber wenn es um die wahrheit geht und das was der jesus christus gesagt hat und wie die apostel das auch verstanden haben und weitergegeben haben muss man natürlich seinen standpunkt vertreten ja also du würdest sagen also zu welcher christlichen konfession gehörst du eigentlich bist du katholik oder was bist du ich bin ein nachfolger des herrn jesus christus habe buße getan habe den herrn jesus christus als meinen herrn und heiland angenommen ganz einfach und wir geben uns keine namen gar nicht wir sind einfach nachfolger des herrn also du lehnst wir folgen jesus christus diese christin ich bin ein christ der dem herrn jesus christus nachfolgt da braucht man sich nicht irgendwelche namen zu geben einfach christ verstehe verstehe das heißt also du lehnst grundsätzlich alle kirchen also alle kirchlichen organisationen ab oder wie fast kann ich das verstehen ja wenn jemand nicht sein kreuz täglich auf sich nimmt nicht bezeugt dass der jesus christus ins fleisch gekommen ist die dreieinigkeit nicht bestätigt und bezeugt dann kann ich keine gemeinschaft haben erstmal mit ihm weil die weil die bibel der uns dazu aufruft die geister zu prüfen es sind viele falsche propheten ausgegangen ein jeglicher geist der bekennt dass christus ins fleisch gekommen ist der ist aus gott geboren dann können wir auch gemeinschaft mit ihm haben erstmal also müssen wir schauen was der halt noch glaubt was für lehren er noch vertritt aber dann das ist schon mal ein kriterium was ihnen dann erstmal als christin was ihn als christen ausmacht interessant ja also ich bin selbst kein christ aber mich hat es einfach mal so interessiert wie so wie das so ist oft gerade auf tik tok sieht man ja verschiedene christliche gruppierungen und ich habe mich immer gefragt brauchen so eine übereinstimmung gibt oder ob man da auch gerade in bezug auf den islam da arbeiten wir haben wir haben alle eine übereinstimmung also auch mit den kirchen und alles mögliche dass jesus christus der allmächtige gott ist der ins fleisch gekommen ist dass gott sich in vater sohn heiliger geist geoffenbart hat also da sind wir alle miteinander eins ok ja interessant also das war einfach mal so meine frage als ich glaube also ich aus meiner neutralen position heraus denke es wäre ganz sinnvoll wenn sich alle christen vereinen und dann gegen den islam gehen ja natürlich kann man hier und da wir müssen ja auch diskussionen führen ohne dass jemand den anderen den schädel einschlägt also nein das meine ich jetzt auch nicht so war das jetzt auch nicht gemeint ich meine jetzt grundsätzlich halt die diese position halt des christ dieser christlich des christlichen abendlandes einfach vertritt wo meinte ich das ja christliches abendland wie sich das schon so anhört und so hier kannst du nichts mehr retten nur noch aufklärungsarbeit und das war's denn du kannst den ein und ein oder anderen muslim dazu noch um stimmen umzukehren und den jesus christus anzunehmen aber die breite masse ist ja verloren deswegen sagte der herr ja auch breit ist die breit ist der weg in die ewige verdammnis und viele befinden sich darauf verstehst du ja ich muss mal kurz was erledigen ich hole dich gleich wieder rein oder später mein lieber ich bin auch unterwegs ich wünsche weiterhin viel erfolg und gott segne wenn du zeit hast dann liest doch mal die evangelien und beschäftige dich mit jesus mache ich ok gott segne dich ja 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 doch dass er sich hier antun muss alles für die seelen halleluja gesehlein gefehlein die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Ich wollte dir nur einmal sagen, ich feiere dich. Ich habe dich jetzt so lange belästigt mit den Anfragen. Ja, die sehen sich eine sehr große Reichspartner. Und jetzt kommen sie auf einmal. Man muss ja immer gut in den Tag rein, oder? Man muss ja immer gut in den Tag reinsteigen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das ist mein Standpunkt, oder? Ja, ich glaube nicht. Halleluja. Halleluja. Ja, wenn du es, 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 wenn du es getan hast und bereust, dann wird der Jesus Christus nicht in seine Arme nehmen und dich und deine Schuld tragen. Ja, ich bin eher so. Ja, ich bin ja genau so. Ja, ich bin ja auch nicht so. Ja. verkündige das Evangelium, die frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft ist ja keine Religion. Ich habe dir gerade erklärt, was Religionen sind und was der Herr Jesus Christus getan hat. Ja, okay. Ja, wusste ich gar nicht so. Ich dachte immer, das hängt so schon zusammen. Aber ich muss auch sagen, ich bin da in einem Thema nicht so krass drin. Also klar, man hat so ein bisschen was an Wissen. Nein, nein, wir spielen hier keine Match. Nein. Kein Match? Armin, willst du nicht einmal gegen mich matchen? Traust du dich nicht? Nein, nein, nein. Du hast aber Jesus auf deiner Seite, Armin. Das spielt doch keine Rolle. Soll ich den Leuten jetzt das Geld aus der Tasche ziehen, oder was? Boah, krass, finde ich gut, ey. Ehrlich. Weil viele würden das halt aussetzen, ne? Nein, das mache ich nicht. Aber du kannst ja auch sowas bekommen. Deswegen, du siehst ja auch bei meinem YouTube-Kanal, pinne ich das immer an als Kommentar. Wer mich unterstützen möchte, der kann mich aus Liebe zu meiner Arbeit unterstützen. Wer nicht das macht, der macht das nicht. Ich mache trotzdem meine Arbeit weiter, verstehst du? Weil ich dem Herrn diene. Ob mit Geld oder ohne Geld, ist doch völlig egal. Natürlich freut man sich hier und da, wenn man so ein bisschen auch diese Anerkennung oder diese Liebe zurückbekommt. In so einer Form von, ne? Was Kleines zugesteckt bekommen. Aber im Grunde genommen geht es ja nicht darum. Verstehst du? Ja, natürlich. Im Grunde genommen geht es darum, dass deine Seele gerettet wird. Finde ich gut von dir, auf jeden Fall. Das zeigt, dass dir die Sache auf jeden Fall wichtiger ist, also beziehungsweise im Vordergrund steht, ne? Ja. Aber wie, du warst ja immer Moslem, ne? Ich war immer Moslem, ja genau. Und wie bist du, also was hat dich dazu gebracht, dann, ja, sag ich mal, einen anderen Weg zu gehen? Ja, ich hatte mir Gedanken gemacht um meine Ewigkeit und ich kam dann zu einem Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich sehr für meinen Glauben, den Islam zu interessieren. Und bin dann halt immer zum Islamischen Unterricht gegangen, um mehr von meiner Religion zu erfahren, ne? Und dann war ich dann dort mit meinen ganzen muslimischen Brüdern halt. Und das hat mir auch sehr, sehr gefallen, dort immer hinzugehen mit den, ähm, mit den Brüdern und zu treffen. Ich selber hab dann, ich saß ja im Gefängnis, ich selber hab ja dann Dauer gemacht. Du warst im Gefängnis? Hä? Du warst im Gefängnis? Ja, ja, ich saß dreieinhalb Jahre. Hast du dich dann mehr mit der Religion beschäftigt? Genau, da hab ich mich mehr mit Religion beschäftigt. Und, äh, dann hab ich natürlich so, äh, einiges an sehr, sehr krassen Sachen herausgefunden. Und das hat mich so ein bisschen erschüttert. Und als ich dann rauskam, sozusagen, also die Schnellversion davon, du kannst dir das in Ruhe angucken, äh, auf meinen YouTube-Kanal, Ex-Muslim-Meklären auf TV. Da hab ich ausführlich Zeugnis gegeben. Da kam ich halt raus und, äh, hatte ja das Internet zur Verfügung. In unserer heutigen Zeit ist das natürlich ein, 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 ein Geschenk, das Internet gut zu nutzen, verstehst du? Du kannst natürlich für Unsinnigkeit benutzen, aber du kannst es benutzen, um sehr viel Information zu sammeln und es für dich zu verwenden, ne? Und zu verwerten. Ja, und dann fing ich dann an, äh, mir sehr viele, ähm, Sachen durchzulesen. Bin dann halt in die Schriften eingetaucht, äh, die authentischsten Quellen des Islams und, äh, hab Mohammeds Biografie mit durchgelesen. Und, 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 ja. Was ich dann alles herausgefunden habe, hat mich natürlich sehr, sehr schockiert, so. Und das machen so 99 Prozent der hier lebenden Muslime, machen das einfach nicht. Die sagen alle Handelder, ich bin Moslem und haben noch nicht mal einmal einen, einen Koranvers gelesen. Das, weißt du, was mir halt auch aufgefallen ist, ich hab ja deine Streams und Videos ab und zu mal verfolgt. Wenn du mit den Leuten diskutierst, die haben gar keine Ahnung, wovon die reden, aber fühlen sich an. Es gibt einige, die haben Ahnung, aber die kommen nicht, weil, was soll sie denn machen? Sollen sie ihren eigenen Gelehrten widersprechen? Sollen sie den Sahaba, den Gefährten Mohammeds widersprechen? Sollen sie Mohammed widersprechen? Das machen sie nicht. Es kommen nur Leute rein, die auf einmal versuchen, den Mohammed etwas in seinen Mund zu nehmen, was er nie gesagt hat. Oder zu missinterpretieren, verstehst du? So ist das. Nee, aber auch teilweise, die Leute wissen ja nicht so viel von ihrer Religion, fühlen sich aber trotzdem angegriffen, sag ich mal, wenn man denen etwas sagt, was vielleicht in deren Augen halt negativ ist, ne? Ja. So. Nee, aber feiere ich auf jeden Fall, dass du dich da so für einsetzt. Ist ja auf jeden Fall eine gute Sache. Ich hoffe natürlich, dass du dir selber Gedanken machst um deine Ewigkeit. Weil der Tod ist ja sicher. Das ist das. Jetzt bist du noch jung und denkst dir so, ja gut, ich hab noch ein bisschen Zeit zum Leben. Aber du kannst dir jeden Tag in den Tod gehen, dann wird es eine Reise ohne Rückkehr, ne? Ich glaube, ich komm eh in die Hölle. Ich habe, ich begehe zu viele Sünden, Amir. Das sagt der Herr Jesus Christus, komm jetzt her, alle, die hier mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe schenken. Der Jesus weiß, der Jesus weiß, der mit einem liebenden Berg beladen ist. Ich liebe die Sünden zu sehr, Amir. Die Sünden liebst du zu sehr, ne? Viel zu sehr. Das ist jetzt verführerisch, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich bleibe bei den Sünden, weißt du? Siehst du, wie schwer das ist, von sowas abzulassen, weniger zu sündigen, ein heiligeres Leben zu führen und versuchen, so gut es geht, ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus zu führen und abzulassen von dieser Welt? Ja, aber die Sünden machen Spaß. Die Sünden machen Spaß? Ja. Ja, das ist natürlich sehr, sehr heftig, ne? Begehst du keine Sünden mehr jetzt? Das habe ich nicht gesagt, aber ich sage niemals sowas, was du sagst, dass die Sünden Spaß machen und so. Natürlich bleibe ich ein Sünder. Aber ist das so? Du musst doch die Wahrheit sagen. Wie meinst du das? Natürlich muss ich die Wahrheit sagen. Ja, dann kannst du doch sagen, dass die Sünden Spaß machen, oder? Natürlich nicht. Kein Christ der Welt sagt, die Sünde macht Spaß. Sondern er kämpft gegen die Sünde an. Aber du bist doch kein Christ. Nee, ich bin kein Christ. Du hast doch gerade gesagt, du bist kein Christ. Natürlich bin ich Christ. Hallo? Ach so, du bist doch Christ. Weil du meinst es doch vorhin. Habe ich doch gerade eben gesagt. Wovon rede ich denn die ganze Zeit? Ich versuche dich doch davon zu überzeugen, dass du den Jesus Christus so krank bist. Ich habe dich doch gerade gefragt, ob du Christ bist. Da meintest du, nee. Natürlich. Ach so. Also ich rede von Jesus Christus. Also die ganze Zeit rede ich von Jesus Christus. Ey, Diggi, die Leute sind sauer, dass ich mit dir live bin hier. Meine Leute aus NRW. Weil ich komme die ganzen Araber-Clans vor meine Tür wegen dir, weil ich mit dir live gehe. Ja, super. Nee, Amir, sorry. Ach so, okay. Ich hatte das gerade falsch verstanden, weil ich dachte, du wärst kein Christ. Deswegen. Nein, ich bin Christ. Ich habe den Islam verlassen und bin ein Christ geworden. Ja, okay. Okay, okay. Nee, dann, so hatte ich mir das nämlich auch gedacht. Hero, ja, danke. Äh, okay, Amir, also was mache ich denn jetzt mit den Sünden? Am besten die Zeit nutzen, die Evangelien aufschlagen und Jesus Christus kennenlernen. Amir, ich bin mehr so der Buddhist, weißt du? Ey, du hakst gerade irgendwie die ganze Zeit. Oder bin ich das, Leute? Hallo? Ich bin hier wieder. Können wir schon an? Ja. Lieber Maria als Scharia. Ist das nicht von NPD gewesen? NPD. Das war doch so ein Slogan, Werbeslogan von NPD. Maria statt Scharia. Ich habe mich totgelacht, ey. Maria statt Scharia, ja, ehrlich, ey. Könnt ihr mich hören? Ja, 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 sehr gut. Ja, vielen Dank für diese ganzen Geschenke, ihr Lieben, wie wundervoll, ihr gesegnet. Vielen Dank für die Likes, ihr gesegnet. Gucken wir mal, wer ist in der Leitung? Ex-Muslim, wie geht's? Alles klar? Ja, wie geht's ganz gut? Handele Jesus, wie geht's dir? Gott segne dich. Ja, es freut mich. Ich hoffe, du fährst gleich vor dem Baum auf jeden Fall, ja? Hä? Boah, siehst du, was du mir wünschst? Ich wünsche dir den Gottesfrieden und du wünschst mir vor dem Baum zu fahren? Ich hoffe jetzt gleich sofort, direkt nach dem Anschluss, nachdem wir gesprochen haben. Das kann doch nicht wahr sein. Warum liebst du mich? Oder irgendwo auffahren, wenigstens, damit deine Fresse demoliert ist. Weißt du, für das, was du machst, ist richtig abgewichst. Ja, warum bist du denn so? Weil so welche Menschen wie du andere Menschen mit Hass erfüllen. Herrlich? Wie erfülle ich denn andere Menschen mit Hass? Das muss ich mir mal erklären. Du erfüllst andere Menschen mit Hass, indem du nur solche Scheiße laberst. Irgendwelche Scheiße? Was denn für Scheiße zum Beispiel? Du erzählst nur Müll. Du versuchst, die Leute aufeinander zu hetzen. Du suchst dir immer Leute aus, die keine Ahnung haben. Lachst dir aus. Du versuchst immer, einen niederzumachen. Du willst nie einen zum Wort kommen lassen. Du laberst die Leute nur dicht mehr nicht. Das stimmt doch gar nicht. Auf jeden Fall. Und da kann mir jeder in deinem Chat zustimmen. Es gibt verschiedene Situationen, wo ich dann merke, aha, jemand versucht mich gerade zu veräppeln. Und dann antworte ich dem Tore nach seiner Tore halt so. Ich versuche es auf einem guten Wege, aber du machst nur Hitzereien und das ist nicht in Ordnung. Tu dich mit diesem Irrfahren zusammen. Ihr seht gut beide aus. Meinst du, aber dein Satz, den du jetzt gerade gebracht hast mit, dass ich vor einem Baum fahren soll, ist besser? Auf jeden Fall. Safe. Wenn ich dir von Herzen... Aber wenn ich lache, das ist ein Riesenproblem, ne? Mir ist egal, über wen du lachst. Das ist dein Problem. Weil am Ende stehst du für alles gerade. Du hast auch Art und Physik studiert. Ja, ja, ich weiß. Sehr gut. Also Leute, die wünschen, dass ich auf Hitzereien war, aber damit ein Problem haben, dass ich lache. Das ist sehr gute Logik, ja? Ich habe nie was gesagt, dass ich ein Problem habe, dass du lachst. Ich habe gesagt, dass du lediglich über andere Leute herziehst und die aufeinander hetzt, damit die so werden. Aber gerade, ich habe noch gesagt, dass die andere auslachen und sowas. Das ist doch kein Auslachen. Ich rede über das, was du versuchst, den Leuten zu überbringen, indem du die Leute aufeinander hetzt und dir immer diese kleinen Kinder in den Chat reinholst, damit sie dir Zustimmung geben. Wen hält sich denn übereinander? Wen? Du hältst Christen aufeinander mit Muslimen. Das stimmt doch gar nicht. Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Du führst irgendwelche Propheten ein. Da sieht man das überhaupt gar nicht meines Christer-Volges. Ah, genau, genau. Weil die Christen sind überhaupt nicht mein Thema. Du siehst ja, dass ich über den Islam rede und einige Dinge klar stelle. Warum kannst du mir nicht zuhören, meine Lieber? Ja, warte mal. Warum willst du andere Leute überzeugen, zum Christentum überzutreten oder allgemein zu sagen, dass das Christentum die wahre Religion ist? Ich habe gesagt, es soll zum Christentum kommen. Du kannst es doch gar nicht sagen, welche die wahre Religion ist. Wollen wir uns das wissen? Wir haben keine Religion. Doch, doch mal. Das ist doch eine millionste Mal. Wir haben keine Religion. Stimmt, wir haben auch Nationalitäten. Das stimmt. Auch nicht Nationalitäten. Wir haben sowas nicht zu tun. Doch, doch. Aber egal, ey. Fahr auf jeden Fall weiter, ne? Und vergesst den Baum nicht, ne? Ich muss weiter. Hau rein. Gott, mein Mensch, ey. Ist das heftig, ey. Wie liebevoll die sind, ne? Ich wünsche dir, dass du vor den Baum fährst. Ist das heftig, ey. Das ist doch eine wundervolle Liebe, die man von den Muslimen, ja, gerne hört, ne? Ja, lass den doch. Das bekommt doch der Islam ab. Ich sag doch, der Islam wird auf der ganzen Welt so gehasst, die Muslime graben sich ihr eigenes, also sie schaufeln sich ihr eigenes Grab geistlich gesehen, ne? Dass die Menschen so Abneigung haben gegen den Islam und sie Zuspruch bekommen und sagen, alles was wir so über den Islam gedacht haben, bestätigen ja die Muslime, ne? Ganz heftig, ne? Ganz heftig. Islam, das ist das. Was macht das denn? Ein Wal! Danke an den, die mir diesen Ball geschickt haben. Was war das denn, ey? Das ist ja heftig, ey. Ja, das ist sehr gut. Wenn du den Arm mir verhastet, was ist mit dem Koran? Ganz genau, sehr gut gesagt. Das wollte ich ihm auch stellen. Meinst du, wenn du sagst, dass ich sowas so hetzen würde oder mich lustig mache oder so, ja, wie gehst du dann mit dem Koran denn um, der eindeutig dazu aufruft, Juden und Christen zu bekämpfen, sie als so Dreck und Müll zu bezeichnen und alles mögliche. Ja, super. Anlieg dein Netz. Bist du jetzt Muslim geworden, oder? Bist du jetzt Muslim geworden? Warum ist denn eine Verbindung? Ja. Wer ist das? Edel? Könnt ihr Dr. Scheer Abouamir hören? Mashallah, richtiger Moslem mit Alkohol und Zigarette. Der war richtig gemütlich am Sitzen, habt ihr gesehen? Den ging's gut, ey. Schön auf gemütlich, schön irgendwo sitzen, ein Gläschen Wein trinken. Der hat... Ja, hi, grüß dich. Grüß dich. Du weißt, wie man sich's gut gehen lässt, ne? Ja, natürlich. Du auch? Ja, das sieht sehr, sehr schön aus, wie das da war, auf deinem Bild aussieht. Sieht sehr schön aus. Dankeschön. Und du bist auf dem Weg zur Arbeit, oder? Was sagst du? Du fährst zur Arbeit gerade? Ja, genau, ich bin, äh, ich bin, äh, ich bin Hetzologe. Was bist du? Ich bin Hetzologe, und das ist mein Hetzmobil. Ich habe sehr viel Hetzologie studiert und versuche das Ganze dann, äh, verpackt, in, äh, verschiedenen Themen dann rüberzubringen. Ich bin Dr. Scheer, äh, Abo-Hetzman. Du bist Ex-Muslim, ne? Willst du jetzt mal Moslem werden, endlich, oder? Sei mal ehrlich, machst du das für Klicks, oder meinst du das ernst alles? Natürlich meine ich das ernst. Was ist das für Klicks, Mann? Was soll man denn das für Klicks machen? Das ist doch ein gefährliches Thema. Ja, deswegen, Alter. Junge, du machst dich richtig schlecht mit sowas. Ehrlich, ich hätte gedacht, dass ich mir nur, dass ich mir nur Liebe erhoffe dadurch. Äh, ja, guck mal, ich habe keinen Hass oder keine Liebe für dich, deswegen, alles gut. Wir kennen uns ja gar nicht, weißt du? Jeder soll glauben, an was er glaubt. Ja, du bist Moslem, ne? Alhamdulillah. Wie kannst du denn da eine Weinglas haben, wenn du Moslem bist? Das ist nicht mein Weinglas. Was ist das denn? Das ist eine Apfelschorle gewesen. Das ist eine Apfelschorle gewesen mit einem Weinglas abgefüllt, oder was? Schön geschmückt, der Laden wollte einen auf Edel machen. Dafür kann ich nichts. Aha, okay. Ja. Was ist das, Zigarette? Sind da auch noch? Nein, nein. Da liegen keine Kippen. Und, äh, was bist du denn für ein Landschaft? Ja, möge der Jesus Christus sich segnen, behüten und beschützen, mein Lieber. Möge der Herr deine Augen öffnen, ne? Dass du eines Tages zu ihm findest. Ja, Bruder, das Gleiche kann ich dir auch noch sagen, weißt du? Hetz, GmbH und KUKA-G. Sehr gut, ja, genau. Und wie da Kippen liegen, ja. Ja, egal, Leute. Das ist so. Diese Leute leben in der Welt. Es gibt ja Millionen von Muslimen, die tagtäglich auch, ähm, äh, Cannabis zu sich nehmen und alles Mögliche, ne? Die smoken ja den ganzen Tag, ne? Möge der Herr Jesus Christus sie aus dieser, aus diesem Wahnsinn rausholen und dass sie eine Entscheidung für ihn trefft, ne? Glaubt. Die machen ein bisschen, äh, auch Tijara, ne? Das wisst ihr ja. Ich will so ein Bart wie du. Verräter. Warum bin ich Verräter? Weil ich, die Menschen, warne vor so einer Ideologie. Morgen. Herr Muder, schönen guten Morgen. Ja, Leute. Erstens wollte ich sagen, der Typ, der den Baum gewünscht hat, der hat ja nicht gesagt, was für Religion der hat. Der hat ja nicht gesagt, ob der Moslem ist oder nicht. Er kann ja auch Buddhist sein oder so, ne? Nein, du weißt gar nicht genau, dass er sein Moslem ist. Ja, aber der hat es ja nicht gesagt, der hat es ja nicht explizit gesagt, dass er ein Moslem ist. Du hast ihn auch nicht gefragt. Okay, du weißt aber, wie Muslime im Allgemeinen sind. Die beleidigen, die drohen. Du weißt, du kennst sie sie ja. Ja, aber warte mal ganz kurz. Wir können nicht sagen, wie Muslime sind. Wie Menschen sind, erstens. Ja, wie Menschen sind. Menschen sind alle, jeder redet für sich selber. Keiner von den Muslimen oder von den Christen oder von den Juden oder von den Buddhisten kann für eine Religion sprechen. Keiner. Jeder kann nur für sich selber sprechen. Aber, was ich auf jeden Fall in Deutschland so bemerkt habe, dass es ein bisschen an dem Benehmen fehlt. An der Erziehung. Ja, und ja, deswegen. Oh, jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen. Ey, meine Fisse. Ich glaube, du musst deine Kamera ein bisschen rechts sehen, dass man diese Funktionen nicht sieht. Ey, manchmal entdeckt das System, dass ich am Fahren bin. Aber manchmal auch nicht. Also, das ist so 50-50 Shots. Ja. So, ich muss raus und komme gleich wieder rein. Bis gleich. Bis gleich. Gut, natürlich. Aber es ist doch verboten im Islam, wenn man das macht. Das ist ja nicht erlaubt. Das sind ja die Ziegenbote. Die erlauben das ja nicht. Weil das macht. Es ist eine Sünde halt. Mehr kann man nicht sagen, ne? Auch Tatutraken sind Sünde. Machen auch viele. Das rauchen ja auch. Ja, du siehst ja. Ich weiß. Du siehst ja, dass Mohammed gesagt hat, das, was uns und die Ungläubigen trennt, ist das Gebet. Wer es unterlässt, der ist einer von ihnen. Ja, gut. Das kann jeder sein, wie er will. Wie gesagt, ich mache das, was ich richtig halte. Aber einer muss nicht mehr, soll er das machen. Und mir stellt das nichts. Ich sage auch nicht, dass es... Ja, aber... In Deutschland oder wo? Du bist ja nicht alleine. Mit dir sind ja Millionen von Muslime hier in Europa, die überhaupt gar nicht beten. Alles Kuffat. Ja, das kann sein. Das ist so machen. Sie sind schon Namensmuslime. Namensmuslime. Ja, ich weiß, was du meins. Aber das ist halt so. Das ist halt Trend, solche Sachen. Das ist halt so der Modal. Also, findest du das gut, dass Muslime umgebracht werden sollten, wenn sie aufhören zu beten? Nein, natürlich nicht. Ich finde es nie gut, wenn man Menschen umbringt. Nur wenn man eine Religion hat. Also, bist du nicht einverstanden mit der Aussage Mohammeds, als er gesagt hat, in Sahih Muslim Buch 5, Hadis 3, 2, 1... Das stimmt aber gar nicht. Da sagte er, wenn jemand das, wenn jemand das beim Jummah Gebet nicht teilnimmt, dann würde ich am liebsten ihn und sein Haus verbrennen. Das stimmt aber nicht. Das steht nicht im Islam drin. Ich weiß nicht, wer diese Mohammed zu reden ist, aber im Islam steht das nicht drin. Du kannst das ja nachschlagen. Sahih Muslim, das ist eine authentische Welle. Ich habe das Islam gelesen. Und das, das in Islam steht, das interessiert mich. Der Rest, was im Internet steht, interessiert mich gar nicht. Nur der originale... Ja, aber das ist doch Islam. Sahih Muslim, das ist doch Islam. Nein, wo hast du das denn gelesen? Im Internet oder wo? Was hast du gelesen? Im Buch von Imam Muslim, Mann. Ja, aber wer weiß, was das für ein Buch ist? Was das für Islam ist? Das originale Islam. Ach, du kennst, Artur? Du bist doch nicht mal so bewandert, dass du Sahih Muslim und Sahih Bukhari nicht kennst? Nein, kenne ich nicht. Ich habe, wie gesagt, nur den Islam gelesen. Ich habe den Islam gelesen. Ich weiß, dass im Islam, was ich gelesen habe, dort nichts drin steht und so. Das reicht mir. Der Rest, das tut mich gar nicht. Was meinst du? Was meinst du, wie die Muslime erschüttert sind über deinen Zustand? So, wenn sie dich jetzt so hören. Das ist doch nicht mal ein Muslim und Sahih Bukhari. Ich habe, Bruder, ich habe nichts Schlimmes gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe den Islam gelesen und ich kann dir sagen, dass da nichts drinne steht, dass man Menschen umbringen soll. Nirgendwo findest du das. Das steht da nicht drinne. Warum erzählst du sowas denn? Du liest andere Wichtern. In Surah 5, Vers 33 findest du das. Dein Internet hängt ein bisschen, leider. Ich verstehe nicht, wenn ich hier das Wort mache. Mein Internet ist das ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an dir liegt oder an mir. Das hängt gerade. Das hängt gerade. Jetzt geht es wieder. Was hast du gesagt? Jetzt geht es wieder. Was meinst du? Ich habe gesagt, in Surah 5, Vers 33 steht, dass man Menschen kreuzigen und wechselseitig die Hände und Füße abschlagen sollte. Ja, aber das stimmt nicht, Bruder. Das steht als das, was du musst in den Islam, geh zu einer Moschee, hol dir den Islam von dort auf Deutsch und liest das mal durch. Da wirst du nichts finden, was du gerade erzählt hast. Nichts. Es ist nicht erlaubt, Menschen umzubringen. Egal, was sie sind. Es ist nicht erlaubt, Menschen umzubringen. Das ist ein Gebote. Warum geliehst du andere Buchungen von Meisten? Hast du einen Koran zu Hause? Auch nicht, ne? Natürlich habe ich einen Koran zu Hause. Auf Deutsch. Hol mal deinen Koran, bitte. Den habe ich durchgelesen. Da steht so, was ich das brauche ich nicht tun. Hol mal bitte deinen Koran. Der muss jetzt holen. Hol mal bitte deinen Koran. Nächstes Mal. Der habe ich jetzt da unten. Der muss ich suchen. Jetzt auf einmal hast du den da unten, ne? Weil du auf einmal Angst hast, dass das wirklich da drin steht. Ich bin zu Hause, aber ich habe nicht beim Neben mir stehen. Ich habe das vor drei, vier Jahren gelesen. Du musst jetzt mal raussuchen. Ach, du hast nicht dein Koran einfach mal so parat zu Hause und weißt nicht, wo der ist? Ja, und was soll das denn heißen? Es ist ein trauriger Zustand deinerseits. Also als Muslim. Das ist ein Wahnsinn. Bruder, das ist deine Meinung. Das interessiert mich zum Glück nicht. Das kannst du auch sagen, wie du willst. Die Muslime, die dir gerade zuhören, die sind entsetzt über das, was du gerade sagst. Nee, warum soll ein entsetzt sein? Du sagst schlimmere Sachen als ich. Nein. Ich glaube, du sagst gerade sehr, sehr schlimmere Sachen als ich. Das ist deine Meinung. Es ist mir egal, was du sagst. Ich sage niemals im Islam. Du musst vorsichtig sein. Du musst vorsichtig sein, was du da sagst. Das ist heftig. Also, du möchtest deinen Koran nicht holen? Bruder, ich will, ich will, im Islam steht, dass man nicht, wenn Menschen, nicht, wenn Menschen ist, nicht, wie sagt man das? Man soll jede Religion akzeptieren. Okay, jede Religion akzeptieren. Oh Gott, Segen, Bruder. Dir auch, mein Lieber. Segen Sie für deine Familie. Ich danke dir, auch deine Familie soll gesegnet sein. Ja. Mann, 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 du machst echt gute Arbeit hier. Ich weiß nicht, wie du das Tag für Tag hier immer wieder machen kannst. Ja, das ist das. Wenn man sich Sorgen macht und besorgt ist um jede einzelne Seele. Man versucht alles so und wirft alles in die Warnschale, um den Menschen Aufklärung zu geben und zusätzlich noch den Herrn zu verkünden. Natürlich, natürlich. Wie lange bist du schon im Glauben, wenn ich frage? Ungefähr acht, neun Jahre. Ah, okay. Okay. Ja, ich bin noch nicht so lange im Glauben. Ich bin erst seit, wenn es hochkommt, zwei Monaten im Glauben. Der Herr Jesus Christus hat mich aufgemacht. Sehr gut, wie bist du denn zum Glauben? Wie hast du zum Glauben gefunden? Wie hast du denn zum Glauben gefunden? Also von der komplett anderen Seite. Und ich habe nicht die Bibel gelesen oder den Koran gelesen. Oder ich wusste besser gesagt auch nicht mal, dass ich überhaupt auf der Suche bin nach dem Glauben. Aber als ich ihn gefunden habe, war mir alles klar. Ja, ich war schwer kriminell. Ich war komplett in der anderen Seite. Ich fange einfach mal noch ein bisschen früher an. Ich habe als Kind, ich komme eigentlich gebürtig aus der Orthodoxie, als Kind habe ich an einen Gott und an einen Schöpfer geglaubt. Danach habe ich dann mich an dieses irdische Leben hier einfach angepasst. Ich habe angefangen mit Freunden, Scheiße bauen, Fußball spielen, rausgehen, einfach alles andere. War interessanter, sage ich mal. Später dann das Leiden hier auf Erden. Also der Weltleben. Später dann das Leiden auf Erden und sowas hier gesehen und habe mich gefragt, warum werden Leute in Leiden geboren mit Hunger und müssen ihr ganzes Leben lang nur so Qualen durchgehen und sterben dann einfach. Da habe ich gedacht, es gibt keinen Gott. Habe ich gesagt, so gesehen habe ich mich dann atheistisch, also mich auf die atheistische Seite gezogen und damit mich komplett den Teufel hingegeben. Der hat mich dann auch verführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe angefangen zu rauchen, zu trinken, zu feiern, Drogen zu verkaufen, Schlägereien, Scheiße bauen. Also das volle Programm. Das volle Programm, dass ich heute überhaupt noch lebe, kann ich nur Gott danke sagen. Und dass ich bewahrt wurde vor Schlimmeren. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, je mehr ich auf den Teufel höre, je mehr ich auf diese widerliche Stimme höre, umso mehr werde ich dafür belohnt. Je mehr ich meine Leute vergifte, umso mehr werde ich belohnt dafür. Das habe ich gemerkt zum Beispiel in der Spielothek, ganz symbolisch war das alles. Ich habe meine Freunde dahin gerufen, komm wir gehen eine Runde sitzen, wir zocken ein paar Runden. Und jedes Mal, wenn ich mein dreckiges Geld reingesteckt habe, bei mir kamen Gewinne, bei mir kamen die ganze Zeit Gewinne und bei denen nichts. Und die haben nur auf mich geguckt und stecken auch ihr Geld da rein, die ganze Zeit und verlieren nur. Da ist mir jetzt klar geworden, dass mich der Teufel verführt hat. Und danach hatte ich, weil ich gemerkt habe, dass es den Teufel wirklich gibt, dass der Teufel mich wirklich führt, ist mir das dann, bin ich auf die Suche gegangen. Ich habe gesehen, so Alter, was gibt es nicht, was passiert in der Welt? Also, schau, ihr seid hier überall auch in Amerika, die ganzen Stars, was machen die da, die ganzen Satanisten und sowas und was in der Welt vor sich geht halt. Und so habe ich dann mich auf die Suche gemacht, was hier passiert und warum das keiner sieht. Und danach habe ich schon quasi mir einen Aluhut selber schon aufgesetzt. Ich dachte, ich werde verrückt, ich werde Verschwörungstheoretiker oder sonst was. Meine Freunde haben mir Aluhut aufgesetzt und sowas. Die sagen, komm mal wieder runter nach dem Motto. Ich sage, merkt ihr nicht, was vor sich geht? Ja, und danach habe ich mich mit meiner Mutter eines Abends gestritten und habe gesagt, oh Herr, ich brauche doch nur jemanden, der mir die Bestätigung gibt, dass ich nicht verrückt bin, dass ich recht habe in allem, was ich da sage. Und am nächsten Tag hatte ich einen Arzttermin, den habe ich verschlafen. Und dann saß ich zu einer späteren Uhrzeit da, als ich eigentlich sollte. Und dann fragt mich ein Herr, wann ich meinen Termin habe und wie lange ich hier schon sitze. Und der andere, wann der seinen Termin hat und wie lange er schon sitzt. Und danach wurde er auf einmal aufgerufen und geht raus. Und danach saßen nur noch ich und der ältere Mann da im Wartezimmer. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen ein bisschen. Durch das Gespräch, was der andere gestartet hat. Und danach wurde auch er auf einmal aufgerufen, nach ein paar Minuten. Und der hat eine Nummer rausgesucht, seine Nummer, so ein Schildchen mit seiner Nummer und seinem Namen drauf. Hat mir gegeben, hat gesagt, wenn du gerne weiterreden möchtest, ruf mich an. Und ich dachte mir, warte mal, ich habe gestern noch gerade erst gerufen, ich brauche jemanden, der mir zuhört, der mir die Bestätigung gibt. Und auf einmal war da dieser Mann im Wartezimmer, ganz komisch. Dann habe ich ihn mal angerufen, wir haben uns kennengelernt. Er war 75 Jahre alt, er war sein Leben lang Beamter, er war in der Politik aktiv. Und in all meinen Ansichtsweisen, was in der Welt vor sich geht, konnte er mir komplett die Bestätigung geben. Und danach hat er irgendwann, ein bisschen später, am Ende des Gesprächs, hat er irgendwann gesagt, Wenn der Mensch anfängt, Gott zu spielen, wird der wahre Gott auf die Erde zurückkommen. Und da hat es bei mir dann Klick gemacht. Es hat Klick gemacht, weil ich habe nie an Gott geglaubt, aber ich habe ganz fest an einen Teufel geglaubt. Und ich habe gemerkt, dass der Teufel mich führt. Also ich wusste, es gibt das Böse. Und da hat es mir bei mir Klick gemacht. Wenn es das Böse gibt, dann musst du auch das Gute geben. Weil ohne Tag gibt es keine Nacht, ohne Vorderseite keine Rückseite. Also wenn es den Teufel gibt, dann musst du es auch den Herrn geben. Und da hat es bei mir alles Klick gemacht. Mir überkam meine Gänsehaut über meinen ganzen Körper. Mein Herz hat sich so warm angefühlt, mein innerliches so warm. Ein Gefühl der Liebe überkam mir, ein Gefühl der Freiheit überkam mir. Und ich wusste, wenn es den Herrn gibt, wenn der Tag des Gerichts kommen wird, wo will ich da stehen? Was muss ich tun? So kann ich nicht weiterleben. Ich muss Buße tun. Und dann hat sich mein Leben von dem Tag an verändert. Ich hatte zu der Zeit noch ein halbes Kilo Ott bei mir liegen. Ich habe gekifft, Spice geraucht, ich habe gesoffen jedes Wochenende, ich habe gefeiert jedes Wochenende. Ich habe noch andere Substanz genommen, ich habe alles gemacht. Und so habe ich dann von dem Tag an, sind alle meine Süchte befreit worden. Ich bin frei von Drogen, von Zigaretten, von Alkohol, von Feiern, von Unzucht, Pornografie. Ich bin komplett befreit von all dem. Halleluja, danke dem Herrn. Und seitdem habe ich mich dann auch Tag für Tag Schritt für Schritt zurückgezogen aus dieser ganzen Szene. Und ich bin frei. Ich bin vollkommen und ich bin komplett. Ich bin glücklich mit jedem Atemzug, den ich nehme. Ich sehe die Welt mit anderen Augen. Ich kann nicht mal mehr draußen ein Stück Plastikmüll wegschmeißen. Gar nichts. Das funktioniert nicht mehr. Ich bin komplett frei. Amen. Wundervoll. Ja, das ist das, wenn der Herr Jesus Christus dich frei macht, bist du wahrhaftig frei. Amen. So ist das. Und er hat mich gezogen und er zieht mich auch immer noch. Er zieht mich ins Gebet. Mir wusste dann an dem Tag, okay, warte mal, wenn es einen Gott gibt, dann muss ich auch irgendwas tun für ihn. Dann muss ich auch in die Kirche gehen oder sonst was. Dann halte ich mich auf die Suche begeben. Warte mal, welche Kirche ist dann die wahre? Da gibt es ja die katholische Kirche, da gibt es die evangelische Kirche, da gibt es die Orthodoxie. Und was es nicht noch alles gibt. Wo ist da die Wahrheit? Das kann doch nicht alles richtig sein. Die leben doch alle unterschiedlich aus und sowas. Und so hat mich der Herr dann in eine Freikirche geführt. Als allererste Anlaufstelle. Wo ich auch vollkommen angenommen wurde. Wo ich komplett, sag ich mal, wo dann das erste Thema Bekehrung war. Das Thema war Bekehrung. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, was eine Bekehrung ist, was das Wort Bekehrung bedeutet. Und da hat man mir das komplett einmal deutlich gemacht. Und danach wusste ich auch, dass ich trotzdem noch weiter schauen soll. Und so dachte ich mir, warte mal, wie kann das denn sein, meine Wurzeln kommen aus der Orthodoxie und sowas. Ich muss mir das mal anschauen. Bin ich in eine orthodoxen Kirche gegangen und ich habe gar nichts gespürt. Einfach gar nichts. Ich habe dieses ganze Gebet da gesehen. Ich spreche Russisch. Ich habe mir das da angehört, was die da alle erzählen. Ich verstehe eigentlich Russisch. Aber das, was die da gesungen haben, ich habe kein Wort verstanden. Der hätte mich auch verfluchen können. Und ich würde da stehen, ja, ja, mich kreuzigen, ja, ja, mich verbeugen. Weißt du, was ich meine? Ich dachte mir, was ist das hier? Das kann doch nicht wahr sein. Das hat sich für mich überhaupt nicht heilig. Das ist wie diese Rezitation, das ist wie die Rezitation im Islam. Die Nicht-Araber, die verstehen ja ganz, was dort rezitiert wird. Ja, genau. Und dann habe ich da auch mit dem Pastor gesprochen, weil ich habe ja die errettende Wirkung bekommen. Ich wurde errettet. Ich bin ja frei. Und dann habe ich mit ihm geredet, weil ich habe gehört, dass nur ein Bischof mir diese erfreiende Wirkung verleihen kann. Und ich habe gesagt, nein, ich habe was komplett anderes durchlebt mit meiner eigenen Haut. Ich habe was ganz anderes gesehen. Ich bin errettet. Und ich bin dafür nicht in irgendeine Kirche gegangen, in keine Moschee, in gar nichts. Ich habe weder im Koran gelesen, noch in der Bibel. Von einfach so kam mir das. Der sagte, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du bist nicht errettet. Ich habe gesagt, okay, danke schön. Einen schönen Tag noch. Und er wollte mich die ganze Zeit reinziehen in deren Bibelstunde. Der hat gesagt, geh nicht woanders hin und sowas. Geh nicht woanders hin. Und da, wo ich war, in der Freikirche, da haben die gesagt, glaub uns kein Wort. Guck alles selber nach. Lies alles selber nach. Geh und such nach der Wahrheit selber. Also diese Unterschiede, die mir da so auf der Hand lagen, waren für mich eindeutig. Ja, so ist das. Ja, da sieht man, dass der Herr dich gezogen hat. Wahnsinn. Ja, eindeutig. Und da ist mir auch klar geworden, dass der Herr schon mehrfach durch mehrere Leute... Ich sage immer gerne, alles im Leben hängt miteinander zusammen. Es passiert kein Zufall. Alles hängt miteinander zusammen. Jeden Menschen, den du triffst. Jedes Wort, was du sprichst. Jeden Traum, den du siehst. Jedes Blatt, was du liest. Alles, jedes Video, was du auch siehst hier auf Instagram. Alles hat schon seinen Sinn. Und ich bin mir eindeutig sicher, dass der Herr mich durch Videos, dass er durch Leute zu mir gesprochen hat. Durch Menschen, die mir dagegen sind. Durch Sachen, die ich gelesen habe. Zum Beispiel ist das auch ganz interessant, wie ich überhaupt da hingekommen bin. Also, ich habe nämlich einmal... Ich musste MPU machen, ne? MPU. Und so habe ich online MPU gemacht. Und ich hatte dann da den Psychologen getroffen. Einen Psychologen. Der hat in diesem Online-Seminar, hat er zu mir gesagt... Also, da waren mehrere Teilnehmer und sowas. Und er hat gesagt, in dir sehe ich was. Du bist intelligenter als die meisten. Du musst anfangen, jetzt in deinem jungen Alter musst du anfangen, Bücher zu legen, um dich zu befestigen. Dann habe ich gesagt, ja Mann, der hat recht, Alter. Ich muss anfangen, Bücher zu lesen. Aber welche Bücher hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Plan? Danach wollte ich mich in Dingsbeck geben. Wie nennt man das? In einer Entzugsklinik. Damit ich frei werde. Da habe ich mit einem Psychologen geredet. Und er hat mir gesagt, fang doch mal an, dieses Buch zu lesen. Der hat mir ein Buch gegeben. Ich will das jetzt hier nicht nennen, weil das erzählt von Selbsthilfe. Aber dieses Buch, das hat mir auf jeden Fall auf die Sprünge geholfen. Weil das war wie ein Sprungbrett für mich. Ich habe angefangen, ein Buch zu lesen, wo ich vieles über mich erkennen konnte. Und Einsicht über mich gewinnen konnte. Und danach bin ich per Zufall an diesen Herrn gekommen. Wo ich dann auch festgestellt habe, warte mal, hier redet auch eindeutig der Herr. Weil hätte mir damals irgendjemand gesagt, fang doch an, die Bibel zu lesen. Dann würde ich sagen, ey, hast du einen Vogel? Niemals wird die Bibel mir helfen. Weißt du, was ich meine? Aber so Stück für Stück, Schritt für Schritt hat er mich da rangeführt. So, dass ich zum Glauben kam. So, das ist ein langer Prozess. Das ist ein langer Prozess. Aber Gott sei Dank ist der Herr für uns alle da. Der Herr liebt uns alle. Und auch ihr alle hier im Chat, was ihr da schreibt. Es ist kein Zufall, dass ihr hier seid. Und es ist kein Zufall, sondern der Herr hat euch hierher geführt. Damit ihr diese Worte hört, damit ihr mein Zeugnis hört, damit ihr seine Worte hört. Und damit, Leute, habt ihr keine Ausrede mehr. Am Tag des Kriegs habt ihr keine Ausrede mehr. Ihr steht dann da und ihr habt euch zu verantworten. Weil ihr habt davon gehört. Und es gibt nichts mehr, was das wieder widersetzt, meine Freunde. Amen. Amen. Ja, danke für dein Zeugnis. Sehr, sehr schön. Sehr gerne, sehr gerne. Da ist der Herr dich auch befreit, halt von diesem ganzen Rüchten. Es ist wundervoll. Und das kann der lebendige Gott. Und das kann der lebendige Gott. Ich habe angefangen, Gedichte zu schreiben. Glaubst du mir das? Gedichte? Gedichte. Da würde ich mal gerne eins vorlesen an der Stelle. Du bist ja ein richtiger Poet, wa? Guck mal, weißt du, wie ich dazu kam? Auch ein Wunder. Ich hatte die erste Zeit, als ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich richtig schwierig hier in meiner Familie. Es kam richtig Stress auf. Meine Familie hat sich Sorgen gemacht. Die dachten, ich werde in eine Sekte geraten und sowas. Was ist mit ihnen passiert und sowas, ne? Ja, das passiert den meisten, wenn sie aus der Orthodoxie oder katholischen Kirche dann anfangen, Jesus Christus zu folgen. Auf Schritt auf Schritt und die Bibel dann ernst nimmt, ne? Ja, so ist das. Und das war halt richtig schwierig die erste Zeit. Ich hatte richtig Streit mit meiner Mutter, mit meinem Bruder. Und so kam dann, die haben das einfach nicht glauben können, nicht wahrhaben können. Und ich hatte jeden Tag Streit mit denen. Und dann ein Wunder so, ich habe jeden Tag zum Herrn gebetet, dass er irgendein Zeichen schickt, irgendein Wunder, dass er mir hilft, dass er mir Geduld schenkt durch diese schwierige Zeit jetzt, ne? Dass meine Mutter das auch sieht, dass er sich meiner Mutter auch offenbart irgendwie. Und ich hatte eines Tages hier wieder das Streit mit meiner Mutter. Und wir haben dann einfach aufgegeben an irgendeinem Punkt. Wir haben gesagt, weißt du was, wir leben in einem Haushalt, es geht nicht. Wir hören jetzt einfach auf, darüber zu reden und lassen gut sein. Und danach, direkt nach diesem Gespräch, hat auf einmal ihr Telefon geklingelt. Und ein alter Bekannter, den sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat, sagte, er muss mal vorbeikommen. So, weil er hatte noch irgendwie was zu besprechen oder sonst was, hatte irgendwas offen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall kam er dann vorbei innerhalb von 10 Minuten. Und meine Mutter hat gefragt, weil sie wusste, dass er auch im Glauben ist, hat sie gesagt, bist du nicht auch im Glauben, ne? Er sagte, ja, ich bin in einer Freikirchengemeinde. Sagte ich, echt? Ich bin auch in einer Freikirchengemeinde. Sagte er, echt? Wo das denn? Ich sag, wir besuchen einen Kreis in Bremen. Und da kommt ein Pastor aus Soltau, der kommt da immer vorbei. Er sagt, nein, aus Soltau, ach echt? Ist das zufällig Aramäer? Ich sagte, ja, ist ein Aramäer. Er sagte, ist das zufällig der und der? Ich sagte, ja, das ist der. Ach, ich kenne den der und der, so eine gute Seele, dies und das. Und ich wusste ab dem Moment, ach, oh Herr, danke dir dafür. Meine Mutter steht da mit so großen Augen, weil sie dachte, ja, ich bin ja in irgendeinen Sekte geraten. Und auf einmal diesen Herrn, den sie kennt, schon lange, der im Glauben ist, ist auf einmal da und berichtet auf einmal von all den Sachen, so als wenn er die letzten zwei Wochen bei uns im Haushalt gewohnt hat. Weißt du, was ich meine? Und da hat auch meine Mutter nicht leugnen können, dass das ein Zeichen Gottes war. Dass er geschickt wurde in unser Haus, damit er uns berichtet von dieser Geschichte und von seiner Ansicht, weißt du. Habt man. Ja, also ich habe auch noch mehrere Wunder schon erleben können durch den Herrn und ich habe auch schon so einiges tun können. Und auf jeden Fall sagte er, als er da war, jeder, wenn der Heilige Geist in einem Menschen kehrt, dann hat jeder seine Gabe. Und er hat mir auch zum Beispiel von irgendjemandem erzählt, der die Bibel übersetzt hat, ins Zirkische oder sowas war das, wenn ich mich nicht richtig täusche. Und er hat auch über Tausende von Gedichten geschrieben, die richtig herrlich sind. Und als er dann weg war und meine Mutter auch weg war, dachte ich, warte mal kurz. Ich wollte früher immer Rapper werden. Ich wollte immer Texte schreiben, aber meine Texte waren nie Texte. Das waren eher so aufeinanderfolgende Reime, weißt du. Und dann dachte ich, warte mal, vielleicht kann ich ja auch Gedichte schreiben. Und dann habe ich Kugelschreiber genommen und habe angefangen zu schreiben. Und ich glaube, es mit der Kugelschreiber ging von selber, ohne dass ich nachdenke. Und innerhalb von 30 Sekunden habe ich so ein kurzes Gedicht geschrieben. So, und ich lese mal einfach eins vor. Das ist jetzt das Letzte, was ich geschrieben habe aktuell. Vergib deinen Nächsten, sei nicht so stur. Uns wurde vergeben, also vergebe auch du. All die Sünden, die du getan hast, kannst du nicht abarbeiten. Gnade Gottes ein Geschenk, welches sollst du weiterreichen. Liebe deinen Nächsten, so wie liebst du auch dich. Anders sei dir nicht vergeben, vor Gottes Angesicht. Danke dem Herrn, unnachgiebig, für das Werk, was er vollbracht hat. Für mich und für dich. Amen. Sehr schön. Ja, vielleicht ist das ja deine Gabe, der Herr, die gegeben hat, dass du für den Herrn so schöne Texte schreibst. Also ohne halt jetzt diese Rap-Metal-Zeug. Ja, genau. Also ich bin da überzeugt von. Also weil diese Worte, die finden bei jedem Anklang, weißt du. Jeder kann auch irgendetwas verbinden mit diesen Worten. Das Interessante ist auch die Reihenfolge, wie ich angefangen habe zu schreiben. Mein erstes Gedicht war an den Herrn, mein Bekenntnis quasi, eine Entschuldigung so gesehen. Das ist auch ein sehr kurzes, also meine Gedichte sind alle auch vor allem sehr kurz und knapp. Und ich glaube, die sollen auch so kurz und knapp sein, damit die Geduld da ist von den Leuten, damit sie von Anfang bis Ende zuhören können. Weißt du, was ich meine? Die Geduldsspanne ist ja inzwischen sehr klein geworden bei den Leuten. Ich habe gesehen das Leiden auf Erden. Oh Herr, wie konnte ich mich dir nur entfernen? Hab mich begeben in Satans Hände. Wasche mich rein in dein Blut und ich werde an dich glauben bis ans Hände. Das war mein erstes Gedicht. Mein zweites Gedicht war für meinen Vater, mein drittes für meine Mutter, mein viertes für meinen Bruder. Und da ist mir auch zufällig klar, ist das nicht die Reihenfolge des Herrn, so wie er das gerne hätte? Ja, also ich habe inzwischen schon über 10, 15 Gedichte geschrieben. Ich bin erst seit ein paar Monaten im Glauben. Also ich glaube, und der Herr, der führt mich einfach wirklich. Da kann ich nur Danke sagen. Viele auch aus meiner Gemeinde erzählen halt einfach, wie dankbar ich dafür sein kann, dass der Herr mich wirklich an die Hand nimmt und mich richtig führt. Und er sagt, schau mal hier, schau mal da, guck mal hier. Dann bewahrt er mich, dann gibt er mir irgendwelche Prüfungen und lässt mich irgendwelche Sachen ausleben. Also das ist einfach nur wunderbar. Und ich sage euch, sowas kann keine Religion geben. Sowas kann keine Religion geben. Sowas kann uns nur der wahrhaftige Herr geben. Danke dir für deine Worte, mein Lieber. Möchtest du noch irgendwas zu uns noch sagen? Nein, Bruder. Das war schon alles. Halt immer im Handys fest, ja? Immer doch, immer doch. Da gibt es keinen Weg mehr zurück. Weil du bist jetzt frisch im Glauben. Du bist jetzt frisch im Glauben. Du hast gesagt, zwei Monate oder so bist du im Glauben. Aber jetzt musst du aufpassen, dass Satan dich nicht da antastet und versucht, dich da wegzubringen vom Herrn. Ja, also ich merke das auch wieder. Auch ich bin schon hier und da wieder gefallen, sage ich mal. Auch ich bin noch wieder in Sünde gefallen und sowas. Aber man muss das alles immer wieder vor den Herrn führen. Und es gibt keinen Weg vorbei. Und ich bin auch 100% der Überzeugung, dass da, wo ich in die Sünde gefallen bin, dass es auch ein Test und eine Prüfung war. So, und... Ich bin erlöst worden. Es gibt für mich keinen Weg zurück. Ja, natürlich, du bist ja nicht perfekt. Das weißt du ja. Ja, genau. Dein Leben hat sich geändert. Dein Anges und dein Verstand, wie der Herr Jesus Christus dir einen neuen Verstand gegeben hat, wie du das Ganze siehst, in Bezug zur Bündung und so. Ja, genau. Ja, so ist das. Ja, Bruder, ich danke auch dir, dass du mich hochgeholt hast. Okay, mein Lieber. Sei gesegnet. Ja, gerne. Danke für dein Zeugnis. Sehr gerne, sehr gerne. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, dich auch. Okay, ciao, mach's gut. Gott segne dich, ciao. Ciao, ciao. Ja, schön. Sehr, sehr schönes Zeugnis. Es gibt so viele, so viele Menschen zum Herrn, durch so viele verschiedene Wege, wie der Herr, wie der Herr das macht, ey. Das ist einfach nur Hammer. Ich kann immer nur staunen. unter den auch schlimmsten Bedingungen, auch gerade in Nordkorea und so, wo es das Nummer eins ist, die Verfolgung von Christen. Sie werden ja sofort die Christen in Nordkorea und sie haben keine Angst. Das ist so heftig, weil das abgeht. Eine Bibel wird dort mit Todesstrafen, so wie in Saudi-Arabien und so. Das ist so heftig. Da seht ihr mal, ne? Wie der Teufel die Bibel hasst, weil dort die Errettung drin liegt. Ja, und der Allah hasst ja auch die Bibel, deswegen behauptet er, dass die Bibel verfälscht ist, stellt so Verschwörungstheorien auf, besagt irgendwie, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt wurde und nicht auferstanden ist, dass er nicht der Sohn Gottes ist und so. Nein, nein, nein. Kommt davon ganz schnell weg. So, so sagt der Allah das. Heftig, ne? Ja, der Allah dreht das Kreuz genauso um, ne? Das ist das. Der Allah dreht das Kreuz genauso um. Hallo, ich bin auch noch da. Ja, schön, dass du da bist. Gott segne dich. Gott segne dich, dass du da bist. Gott segne dich. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Dr. Scherabomir ist wieder da. Ich sage gerade, weißt du, wer der schönste ist? Das ist nur der Herr Jesus. Da hat er ein Lächeln auf sein Gesicht gezaubert bekommen. Das war schön. Egal, wo ihr seid, immer den Herrn Jesus Christus preisen, loben und ehren. Das ist, wenn die Leute euch verdutzt angucken. Der Herr Jesus ist der schönste von allen. Aber das müssen wir uns nochmal anhören. Und guckt mal, guckt mal, Ali Dauer und Cheikh Yasser Qadi, guckt euch das bitte an, was sie sagen. Guckt euch das an, bezüglich der wissenschaftlichen Wunder. Was geht, ich bin A-Man? Was geht, V-Mann? Guckt mal, ich bin A-Man, mit mir. Guckt mal, mit mir hatte der einen ernstzunehmenden Gegner, weil ich jedes Mal auf alles reagiert habe und den Soz verboten habe. Und das Ganze auf einer lustigen Art und Weise rübergebracht habe. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass ich seine Reichweite komplett genutzt habe, um das Wort weiterzugeben und den Islam komplett zu widerlegen. Wahnsinn. Durch ganz Deutschland habe ich es gejagt und Österreich und Schweiz. Wie wundervoll ist der Herr, der das ermöglicht hat. Gepriesen sei dein heiliger Name, Jesus Christus. In aller Ewigkeit. Koran got debunked. Ja, ja. Und für einen wunderschönen Grund, wie es so ist, dass es ein Schluck auf der Tonne war. Ich sage es wieder, sehr vorsichtig. Die scientifische Miracke, die Argument in der Koran got debunked. Das war's. Dieser Vers von 19, alai hatis, alai hatis, alai hatis, alai hatis, alai hatis. Ihr kennt ja diese, die Muslime, die dann auf einmal anfangen, das, ähm, das Wunder von 19. Ihr kennt ja diese blöde, ähm, sogenannte wissenschaftliche Wunder der Zahl 19 im Koran. Da gibt es dann Sheikh Yasser Qadi, Sheikh Ahmad Deddad, die das damals benutzt haben und gesagt haben, das war ein riesen Fehler, dass wir das als Argument genutzt haben, um den Islam so ein Wahrheitsgehalt zu verpassen. Guck mal hier, was der sagt. Also es gab jemanden, der hieß Rashad Khalifa, der hat dieses Argument der 19 rübergebracht. Und viele Muslime haben das dann einfach so übernommen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was sie da eigentlich übernehmen. Und das war voll der betrüger Lügner, dieser sogenannte Rashad Khalifa, so, ne? Siehst du, Sheikh Ahmad Deddad, der das auch benutzt hat in seinen Debatten. Einfach nur dummes Argument übernommen und nicht nachgedacht, was der da eigentlich redet. Und jetzt kommt mir nochmal mit euren wissenschaftlichen Wunder von 19. Ja, da kommt so und so viel auf, und ein Mensch kommt so und so viel auf, und ein Mensch kommt so und so viel auf. Oh, ich kenne es, 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 weil es eine Katastrophe ist. Man muss sich nur fragen, welche Version des Korans hast du denn nachgeguckt, um das herauszufinden? Die von Wash oder die von Hafs? Turns out that pretty much all of it was fabricated. Like, who's gonna actually sit and count the number of letters or words? See, he's fabricating. And so he was saying that it is so intricate that the Koran is saying that there are 19 repetitions. But of course, the Koran is talking about the angels of Vietnam and how many they are. And he could talk to the Koran. He created a very elaborate theory that he used computers at the time. He was actually a professor of computer science at the University of Arizona. And because computers were still new, people didn't have access to them. This is the late 70s, early 80s. So he began propagating this really bizarre theory. And in the process, he ended up rejecting the Sunnah in totality. He ended up rejecting some verses of the Koran because they did not fit his theory. And then he eventually claimed that he was the prophet of Allah to America. Yeah, the, the that that then went out with this wonder of the 19th century, he just left the Koran verse off, um that whole thing then, yeah, outspoken. With all the lies, then quasi outspoken. That's so sad. Traurig. Die Muslime sind bereit, alles in Gang zu setzen, zu lügen und zu betrügen, sich selbst zu belügen, um dem Islam einen Hauch von Wahrheit zu geben. Traurig. Deswegen sagen wir, die Muslime sind die beste Glaubensgemeinschaft, in sich selber belügen. Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Sie wollen nicht wahrhaben, dass der Islam nicht die Wahrheit ist, dass der Islam einen menschlichen Ursprung hat, dass das nicht von Gott kommt, sondern von jemanden, der einfach diese Religion gegründet hat, um an Ruhm, Macht und Ehre ranzukommen. Ganz einfach. Und he had a small following here in America, uh, and, uh, he called himself, uh, uh, Submitters, rather than Muslims, Submitters, and, uh, his following, his group, uh, was, you know, it, it caused some issues in Fitna for a while, uh, until, uh, somebody, uh, assassinated him, uh, in Arizona, and, um, uh, the movement is still around to this, to this day. A very small remnant is still there in the Submitters. So, the verse has nothing to do with the miracle of 19. The verse is talking about 19 angels. So, we see the archivist that we have to develop, and guess what? We don't even need it. We don't even need it, alhamdulillah. So, once again. Das heißt, Allah hat Fehler gemacht, und Allah ist nicht Gott, weil er ein unfehlbares, also, weil er ein fehlbares Wesen ist, und ich weiß, was der da im Koran sagt. Das ist so krank, der Zustand, Wahnsinn, ey. Nur Allah leitet recht, ja, genau. Dieser Allah, der behauptet, dass die Frauen Spermien haben, dass sie hier im Brustbereich sitzt, das ist so abgefahren. Du kriegst auch ein Stummschaltpaket. Du hast auch ein Stummschaltpaket gebucht. Du kriegst auch ein Stummschaltpaket, guck mal. Bitteschön. Hast auch eins gebucht, bitteschön. Wer möchte noch ein Stummschaltpaket? Wer möchte noch ein Stummschaltpaket haben, wenn sie nicht verrotten, nicht? Was machen sie denn dann, mein Lieber, wenn sie nicht verrotten? Sie sind direkt bei Allah, ne? Ne? Hallo, mein Freund. Hallo. Hi, mein Lieber. Verzäglich und deine Familie. Ja, du, guter Mann. Ich sage, du nix glaubst gut an Menschen. Du nix glaubst an Gott. Kannst du bitte nochmal reden? Ich komme aus China, ich kann nicht gut reden. Ich komme, ich habe hier in Deutschland nur 30 Jahre verbracht. Ich kann nicht gut reden. Aber du verstehst. Bitteschön. Ich kann nicht immer sagen, andere Legionen schlecht. Alle Legionen, alle Legionen schlecht. Auf mit dem Blödsinn. Alle Legionen. Mein Freund, alle Legionen schlecht. Moment, warte. Alle Legionen, ne? Moment, warte. Ich muss in die Küche gehen. Ich glaube, mein Sackleid ist umgefallen. Moment. Ja. Hast du keine Angst mit sowas einfach so auszusprechen und so irgendwann mal vor Gott zu stehen, dass du dann zur Rechenschaft gezogen wirst? Gott gebe nie, Gott gebe nie. Du musst immer glauben, Gott gebe nicht. Ich zeig dir, was Gott macht. Der gibt dir auch ein Stummschallpaket. Guck. Da gibt es direkt von Gott ein Stummschallpaket. Wer hat noch eins gebucht? Wer hat noch nicht? Wer will noch? Kommt, zeig's. Macht, äh, Hände hoch. Wer möchte ein Stummschallpaket? Wer hat eins gebucht? Ah, mir du Shisha war ein bisschen zu hergenommen. Ah, du hast ja ein Stummschallpaket von mir bekommen. Ja, jetzt ist er raus. Hallo, wie geht's? Danke, gut, und dir? Handel in Jesus. Danke, danke, auch gut. Äh, ich hab ne Frage, äh, eine Frage. Also ich komme aus der Schweiz, mein Deutsch ist ein bisschen Akzent, weißt du. Ähm. Du bist Moskab, ja? Du bist Moskab, ja? Okay. Und ich wollte fragen, was ist Allah für dich? Was bedeutet Allah für dich? Was bedeutet Allah für mich? Also dieser Allah aus dem Koran ist der Teufel. Der Allah aus der arabischen Bibel ist Gott der Vater, der seinen... ...Kante, Jesus Christus, Jesua al-Masih, und das ist der wahrhaftige Gott um das ewige Leben. Hä? Jetzt ist er raus. Chinese, bitte komm, hör auf. Läh, du bekommst ein Stummschallpaket. Armin, du verlorene Seele. Ja, komm hoch, du crazy Deluxe, du. Guck mal, wer verlorene Seele ist. Ja, hallo Armin, ja, Mensch, Gott segne dich und deine Familie. Danke, Gott segne dich und deine Familie. Mensch, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt mal live komme. Ich versuche das schon seit Tagen. Danke. Okay. Bitte. Ja, ich wollte einmal ganz gerne sagen, ich verfolge dich ja auch schon länger bei YouTube, da war es noch gar nicht bei TikTok. Und ich möchte einmal sagen, du machst eine ganz wertvolle Arbeit in meinen Augen. Und du bist... Alle Ehren, ja. Ja, und sehr schön. Und ich habe, ich glaube, das war gestern mitbekommen, dass du auch mal gesagt hast, ja, was haben die mit den armen Jesiden gemacht, die ersten islamischen Leute, oder bis heute ja noch, diese Verfolgung und alles. Und ich wundere mich jedes Mal, dass die Leute hier reinkommen und denke, was ist mit den Leuten los? Die behaupten, ja, der Islam ist doch gar nicht so und gewinnen Gewalt und alles. Und das betrifft ja auch Jesiden und auch uns. Guck mal, ich komme aus der Sinti-Community, kennst du bestimmt auch, ne? Ja, Sinti, ja. Genau, und das war damals doch auch in Nordindien so. Da sind die ersten, die Umayaden, kennst du doch auch, Umayaden. Ja. Die ersten Abkämpflinge von Mohammed und so. Die sind da auch eingefallen und haben da auch Kopfsteuer genommen und Sexsklamen gehalten, die Leute da abgeschlachtet. Ja, und wegen den Leuten bin ich hier in Deutschland gelandet, kann man so sagen. Ja, heftig, ne? Ja. Das ist eine traurige, blutige Geschichte des Islams, was der Islam da angerichtet hat. Genau, ich habe damals mal nachgeforscht, weil die haben immer gesagt, ja, die Sinti, die haben ja gar kein Land, die sind landlos. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, man muss immer irgendwo herkommen. Kann nicht sein. Ja, der Ursprung, der Ursprung der Sinti, sagt man, ist aus Indien. Ja, so ist das. Genau, damals hat man ja nicht gesagt, Inder, man wohnt hinter dem Fluss Sindu. Ja, und dann hat man sich so genannt. Und da gab es doch auch diesen, hast du mal gehört von diesen, von den Raja Dahir? Da haben wir ja einen König gehabt. Bitte was? Den Raja Dahir. Nee, habe ich nicht gehört. Genau, und diese Leute, die haben den, die haben sich noch verteidigt gegen den und da ist, also ein Urenkel von diesem Mohammed, der hat den in den Kopf abgeschnitten. Zuletzt. Und den sind wir mit dem Kopf hingereitet und haben ihm gezeigt, ihr, wir haben ihn. Wir haben dann nur eine Wahl gehabt, wir konnten denn nordwestlich flüchten, denn nur eine Handelsroute wegen den Leuten. Und ich finde, ich finde das echt extrem, dass die Leute behaupten, ja, der Islam, der steht nicht für Gewalt und so. Das ist halt, also ich weiß nicht, wie verblendet man sein kann. Das machen die Unwissner, das machen diese unwissenden Muslime oder halt Muslime, die sich schämen und versuchen das Ganze zu vertuschen. Ja, also anscheinend kann ich eine ganz gute Gehirnwäsche betreiben. Auch gestern der Typ da mit der Brille, der Deutsche mit dem Bart, wo du mit deinem Bruder geredet hast. Weißt du, er war ja völlig Gehirn gewaschen. Das hat man ja gemerkt. Ja, der lebt also alles ab, was natürlich sehr, sehr kürzlich für ihn ist. Ja, naja, jedenfalls finde ich gut, was du machst, deine Arbeit, wollte ich dir auch nur sagen. Mach weiter so und Gottes Segen für euch alle. Danke dir, Gott segne dich. Ja, mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Es gibt keinen Gott außer Allah und Jesus reise Ibn Maryam, alaihi salam, ist der Gesandte Allah und kein Gott. Hast du verstanden? Nein. Es gibt keinen Gott außer Allah und wenn du tot bist, wenn Malak al-Mod kommt und deine Seele rausreißen wird, dann wirst du schon sehen, was mit dir passiert. Dann wirst du betteln, ja Allah, schick mich auf die Erde zurück, dass ich ein Muslim werden kann. Hast du gehört? Niemals werden wir diesen Satz sagen. Wir glauben an Jesus Christus, der Allah kommt. Du wirst diesen Satz sagen, ja Allah, schick mich bitte auf die Erde zurück, dass ich einmal die Scheherde sprechen kann. Werden wir noch sehen. Wenn jetzt du redest so, aber warte mal, wie du betteln wirst, du wirst betteln wie ein Knecht, du wirst betteln wie ein Goethe, weißt du das, wie ein Kerl. Ja, ich werde betteln wie ein... Ja, ja, wenn wir sehen, du warst nie ein Muslim. Es gibt auch Beweise, du warst nie ein Muslim. Wenn bestimmte Leute dich kriegen, dann wissen wir schon, wissen, was mit dir passiert. Wirst du schon sehen. Wenn bestimmte Leute dich packen. Kein Problem. Merkst du, was du für eine Religion hast? Merkst du das? Ja, was hat das mit meiner Religion zu tun? Ganz, ganz schlimm. Merkst du? Du zeigst auch noch, was für eine Religion du hast. Der Islam ist die Wahrheit, Junge. Alle hassen den Islam. Alle würden am liebsten den Islam vernichten. Wegen Leuten wie dir. Wegen der islamischen Geschichte. Und du gibst uns sogar noch recht, dass der Islam einfach so das Allerschlimmste ist. Das ist doch normal, dass Menschen, die Muslimen, weil die Muslime, die sprechen nur die Wahrheit. Und das weißt du selber. Ach, nur die Wahrheit. Deswegen sagt Allah, ihr dürft lügen und betrügen, um an euer Ziel zu kommen, ne? Man darf nicht lügen. Das ist Haram. Doch, Suche 3, Vers 28 darf man lügen. Möge Allah dich wünschen, du dreckiger Lügner. Nein. Möge der Jesus Christus dich segeln. Und möge er dich wegholen von diesem Gott namens Allah, der dir Frau mit schwellenden Busen verspricht. Im Himmel weist. Allah ist der Gott, der Jesus erschaffen hat. Allah hat Jesus erschaffen. Allah hat Jesus erschaffen. Zu was für einer Religion versuchst du uns zu bringen? In der Bibel steht einfach, dass man Brot auf Menschen kippt. Merkst du nicht, dass die gesamte Welt über dir ließt, einfach nur lachen? Hör mal zu. Hör mal zu. In der Bibel steht selber, dass man Brot auf Menschenkot backen soll. Was soll das denn? Das steht doch da drinne, das steht doch da drinne. Das ist doch krank, ey. Zu was für einer Religion rufst du uns? Zu was für eine... Sollen wir ein Wein anbeten, oder was? Sollen wir ein Wein anbeten? Wahrlich, die Religion bei Allah ist nur der Islam und nicht der Christentum oder der Judentum. Sollen wir jetzt ein Wein anbeten, sollen wir einen Fuß anbeten, zwei rechte Hände anbeten, oder was soll man machen? Ja, du bittest doch einen Menschen an, du bittest doch einen Menschen an. Ja, einen vollkommenen, perfekten Menschen, der Gott der Mensch wurde. Ja, hast du recht. Aber Allah ist ein unvollkommenes Wesen und hat zwei rechte Hände, ein Fein, ein Fuhl, volliges Haar, hervorstehende Augen, drei Augen. Hör mal zu, und mein Gott hat nicht ein Körperteil, so wie dein Gott, okay? Deswegen sag ich mal, Allah muss so wie ein Hybrid sein, Mann. Allah hat keine Körperteile, so wie dein Gott, der auf die Toilette... Ja doch, Allah sagt doch von sich selbst aus, dass er Körperteile hat. Nein, 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 da muss ich mich mal ein bisschen beschäftigen. Doch, 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 Mohammed sagt, er zeigt ein Schienbein. Hör mal zu. Mohammed sagt, er zeigt, er hat ein Schienbein, dass er ein Schienbein hat. Hör mal zu, weil Allah... Hör mal zu, du hörst dir zu. Hör mal zu, lass mich doch mal reden, lass mich doch mal antworten. Ja, du hast jetzt genug geredet, so. Wenn Allah mit einem Körperteil beschreibt, er ist ein Kafer, ein Mujassim. Wenn Allah mit Körperteil beschreibt... Ein Mujassim, also ist Mohammed, der sagt, dass Allah ein Schienbein hat und ihr anbetet, vor dem Schienbein euch nieder, wird ein Mujassim. Dein Gott, der ist auf die Toilette gegangen, hat geschlafen und gegessen, was redest du da? Ja, dein Gott sitzt auf dem Thron. Dein Gott sitzt auf dem Thron, Allah muss einen Hintern haben, oder was? Auzubillah, kein Muslim... Auzubillah, siehst du, Auzubillah. Hör mal zu, kein Muslim glaubt daran, dass Allah auf dem Thron sitzt, Auzubillah. Kein Muslim. So, ich hatte gestern einen Muslim hier drin, der hat gesagt, Allah sitzt auf dem Thron. Ja, dann ist er kein Muslim, dann ist er ein Kafer. So, er ist ein Muslim, der hat das eindeutig bezeugt. Geht zu jedem Gelehrten, der sagt, wer Allah auf dem Thron sitzt, beschreibt, der ist ein Kafer, ganz einfach. Ja, aber da gibt es ja genügend Beweise aus der Sunna, das zeigt, dass Allah sogar sitzt. Es gibt keine Beweise. Oh, das weißt du auch ganz genau. Es gibt keine authentische Beweise. Ja, aber Mohammed sagt, dass Allah am jüngsten Tag sein Schienbein zeigen wird. Was sagst du denn dazu? Das ist eine Lüge. Ja, aber Bukhari hat das doch übermittelt. Und Bukhari ist doch Sahih, korrekt. Der TikToker Yassin Al-Hanafi, der hat dich schon tausendmal widerlegt. Yassin Al-Hanafi ist doch ein Philosoph. Warum ist er ein Philosoph? Sag mal. Ja, du weißt ja, dass er zu dieser Mathuridia gehört. Das sind so Philosophen, die einfach Mohammed sogar ein Wort in den Mund legen. Nein, 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 nein. Ja, natürlich. Sie verbessern sogar ihren eigenen Propheten. Die sagen, nein, Mohammed hat das nicht so gesagt. Er hat das so und so gemeint. Allah genau so. Nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Du Lügner, du. Der hat doch tausend Beweise gemacht. Die Spiele mit dem Wort Gottes. Das sind so Philosophen. Die philosophieren den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Antworten doch auf seine Videos. Was soll ich denn so an jemandem antworten? Der kann ja gerne mal hier reinkommen. Der kann ja mal seine Thesen hier aufzählen. Der lügt sogar, der lügt sogar bei dem Hadith mit der Ziege und sagt, das sei ein unauthentischer Bericht, obwohl Ibn Hasem sagt, dass der Sahih ist korrekt und bei Al-Albani ist der Hassan. Was machen wir denn jetzt? Al-Albani ist höher. Al-Albani ist höher als Ibn Hasem. Wenn die Mehrheit der Gelehrten sagt, es ist unauthentisch oder keine Überlieferungskette da ist, dann ist er unauthentisch. Okay, hast du mich verstanden? Jetzt auf einmal. Wie kommt der denn auf einmal den als Sahih und als Hassan einzustufen? Das ist doch so. Wenn keine Überlieferungskette existiert, wenn die unterbrochen wird, dann ist sie auch nicht authentisch. Ah, ist unterbrochen. Deswegen wird sie auch als Sahih und als Hassan eingestuft, richtig? Wird nicht wirklich als authentisch eingestuft. Ja, weil wie sieht das denn aus, dass auf einmal Allah sich von einer Ziege fertig machen lässt? Das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, ihr dreckigen Christen, ihr puh auf euch alle. Hast du gehört, seht ihr? Guck mal, was der macht. Jesus wird kommen und der wird den Kreuz zerbrechen. Gott segne dich und mach's gut, mein Gott. Habt ihr gesehen? Auf einmal, ihr dreckigen Christen. Hast du gesehen? So sind sie alle. So sind sie. So sind sie, ihr Lieben. Habt ihr das gesehen? So sind sie. Und wer kriegt das ab? Der Islam. Ja, teufelig, teufelig, ganz verlorene Seele. Ja, teufelig, ganz verlorene. Ja, teufelig. Ja, teufelig. Ja, teufelig, ganz verlorene Seele. Ja, teufelig, ganz Trade. Vielen Dank. 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 That's awesome. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Herr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ihn und haben ihm die Hölle gewünscht, dass er ein grausames, qualvolles Leiden hier auf Erden hat im Gefängnis und dass er zur Hölle fährt und allem möglichen Zeug. Bis ein Mann kam, ein Vater der Tochter, die ermordet wurde und er ganz anders reagiert hat als die Welt. Das hat mich so berührt, wie der Herr Jesus Christus ihm die Kraft gibt, dem Mörder seiner Tochter zu vergeben. Das war für mich so brutal, so heftig. Hören wir uns das an. Er ist ein Tier. Ich wünsche ihm ein qualvolles Leben, dass er stirbt. Er wird zur Hölle fahren. Und dann kam der Vater dann rein, der ermordeten Tochter, der auch etwas sagen wollte. Atemberaubend. Wie heftig, wie brutal man sein muss. Wie viel, wie der Heilige Geist da in ihm gewirkt hat. Unglaublich. Mr. Ridgway. There are people here that hate you. Mr. Ridgway, hier sind Menschen, die Sie sehr, sehr hassen. Aber ich bin keiner von denen. Ich bin keiner von denen. You've made it difficult to live up to what I believe. Du machst es mir unglaublich schwer. Also sie machen es mir unglaublich schwer, an das zu glauben. Nämlich das, was Gott mir gesagt hat. Und das ist zu vergeben. Dir sei deine Sünde vergeben von ihm aus. Also ich vergebe dir, dass er seine Tochter umgebracht hat. Auf grausamste Art und Weise. Das ist so heftig, ne? Vergeben, Sir. Und dann hat er geweint. Das ist das erste Mal, dass dieses Monster, dieser Gary Ridgway, überhaupt mal so eine Reaktion gezeigt hat. Weil der ist ja total abgestumpft, dieser Typ. Aber als der Vater einer Christin auf einmal, also dass der Christ, der Vater einer Christin dann sozusagen dann kam und ihm etwas anderes gezeigt hat, als das, was die Welt ihm zeigt. Wahnsinn. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld. Erlasst einander die Schuld. Dann wird auch euch die Schuld erlassen. Er hauchte sie an und sagte. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Vergibt ihr einem Menschen, der gesündigt hat. Vergibt einem Menschen, der gesündigt hat. Werd euch auch vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert. Bleibt die Schuld bestehen. So sieht es aus. Das Buch, das hat eigentlich... Mach dir Gedanken um die Worte des Herrn Jesus Christus. Er ist nämlich klar und deutlich. Weil der Herr weiß, wie schwer es uns fällt, Menschen zu vergeben, die uns wehgetan haben. Richtig? Klar, jeder von uns, beispielsweise heute, was dieser Junge mir gesagt hat, hat er mich aufs Übelste beleidigt. Und in meinem Fleisch hat es natürlich gedrückt. Am liebsten hätte ich ihn auch beleidigt. Und nicht nur das, sondern sozusagen auch weiter wäre ich gegangen. Weil meine Mutter ist ja für mich heilig. Diese Frau hat noch niemals in ihrem Leben eine Diskothek gesehen. Die hat sich seit 60 Jahren verheiratet und hat mit dieser Welt überhaupt nichts zu tun. Hat noch niemals mit Polizei irgendwas zu tun. Gab gar nichts. Und dann kommt so ein dahergelaufener Typ wie er und beleidigt einfach meine Mutter, diese Wundervolle. Was meint ihr, wie sehr das auch einem schmerzt? Und das sind nur Beleidigungen. Jetzt stell dir mal vor, jemand deiner Familienangehörigen werden umgebracht. Und du musst dann hingehen und demjenigen vergeben. Das ist heftig. Und der Herr Jesus Christus weiß, wie schwer es uns fällt, jemanden zu vergeben, der uns wehgetan hat. Der uns absolut wehgetan hat. Und jetzt stellt euch mal vor, Gott sieht auf diese sündige Welt, die von morgens bis abends gegen Gott sündigt. Und er vergibt uns alles. Wahnsinn, ne? Und er vergibt uns alles. Obwohl er eigentlich mit uns kurzen Prozess machen müsste. Nach dem, was wir alles in unserem Leben getan haben. Jede einzelne von uns. Okay, gut, du hast jetzt niemanden ermordet. Aber wie oft haben wir in unserem Leben gelogen? Und das reicht ja schon aus, ne? Das reicht ja schon aus. Um die Herrlichkeit Gottes zu verfehlen. Um die Herrlichkeit Gottes zu verfehlen. Amen, sehr schön. Wie geht's dir? Gott sei Dank, mir geht's auch gut, Bruder. Dankeschön, danke der Nachfrage. Ich hab gedacht, ich komm hoch, nachdem ich gesehen hab. Ich hab gedacht, ich komm hoch, nachdem ich gesehen hab. Unser gestriger Freund ist auch wieder da. Wer denn? Der kurdische Politiker, Bruder. Ach, der kurdische Politiker. Ich nehm den sowas gar nicht her. Okay, gut. Oh, fette Polizeikontrolle, meine Kollegen sind da. Versteck dein Handy, Bruder. Ich hab da sowieso mein Handy nicht in der Hand. Solange das in der, äh, dings ist, solange das in der Halterung ist. Hey, Kollegas. Meine Kumpels. Hast du grad zu den Politikern so gesagt? Meine, ja, meine Kollegen. Meine Kollegen. Ich hab denen zugewogen. Ich hab gesagt, hey, die haben gesagt, hey, Dr. Cheikh Abamil. Die Polizistin. Hast du die begrüßt? Nein, das ist nur ein Scherz, Mann. Das ist Spaß, ey. Ich hab gedacht, du hast echt gemacht, Mann. Das wär echt... Aber die haben mich wirklich angeguckt. Ich hab's doch gemacht. Das wär schon legendär gewesen, ey. Wenn die wussten, wer die wissen, das wäre... Es gibt viele. Es gibt viele Polizisten in Deutschland, die mich kennen. Sehr, sehr viele Polizisten. Ja. Ich glaub, die lassen sich auch schulen von deinen Nidius. Ich glaub schon, weil wirklich. Zumindest privat. Einige von denen lassen sich bestimmt schulen. Bestimmt. Ja, ja. Die Kollegen machen gerade eine schöne Kontrolle. Ich warte auf den Tag, wo ein Polizist mich anhält und sagt auf einmal, Dr. Cheikh Abamil, dass ich dich hier antreffe. Das ist ja der Wahnsinn. Gesegnet seist du, Dr. Cheikh Abamil. Das wäre heftig. In Livestream so. Ich mach dann so Fenster runter und dann sag dir, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch der Cheikh Abamil. Ist das noch das passiert? Das ist mich schon mal passiert mit Ordnungsabend. Meine Nachbarin da oben, die ist so ein bisschen, so hat ein psychisches Problem. Und sie macht dann, ich glaube, die ist total dämonisiert. Ich habe keine Ahnung, was mit der los ist. Aber jetzt ist die auch ausgezogen, beziehungsweise der Vermieter hat sie auch rausgeschwitzt. Und dann hat sie dann abends, fängt sie dann immer an. Die kriegt dann immer ihren Rappel. Und dann auf einmal schreit sie dann so los mit ihrer Dämonenschimme. Keiner ist da, die redet mit sich selber. Dann fängt sie an. Du, du, du. Entschuldigung, das ist ja Samo. Du, Hure. Du, Schnumpe und sowas. Und redet mit sich selber. Habe ich dir nicht gesagt, dass du das nicht machen sollst? Und ich kriege so voll Schock abends. Fängt sie voll an zu schreien. Ich so, was passiert? Auf einmal höre ich die Gebrülle von da oben. Richtig wie so ein Dämon so. Oha. Ich bin fast umgekippt. Erkennst du das? Du bist so im Tiefschlaf. Auf einmal hörst du so wie jemand schreit. Du kriegst Schock deines Lebens. Das ist ganz, ganz in deiner Nähe komischerweise. So was hat auch noch. Ja, das war heftig. Also ich dachte jeden Moment, die kommt gleich runter und macht mit uns Massaker. Ja, ja. Auf einmal. Ja, und dann hat jemand das Ordnungsamt angerufen. Ja. Und dann kam das Ordnungsamt, hat bei mir gesagt, die Klinge kam dann so hoch. Der Typ guckt mich an, der Typ sagt dir, hey, du bist doch arm hier, ne? Alter, ich verfolge alle deine Streams. Bruder, darf ich ganz kurz auf ein bisschen ernstes Thema kurz wechseln? Ist das okay? Darf ich ganz kurz auf ein ernsteres Thema wechseln? Ja, klar, gerne. Ich wollte das nur kurz erzählen, aber das weiß ich nicht. Aber wenn es schon so ernst ist. Eigentlich ist es ein ernstes Thema, weil die Frau braucht ja wirklich Hilfe, weißt du? Und wenn wir schon dabei sind, würde ich gerne auch einfach auf ein ernstes Thema ganz kurz eingehen. Und zwar an die Zuschauer. Es gibt viele Leute, die derzeit viele Lügen erzählen. Bitte, fallt nicht drauf rein. Es gibt viele Leute, die versuchen, Spaltung zu betreiben. Ich rede jetzt nicht von Muslimen oder so, sondern innerhalb sogar unserer eigenen Community. Ihr wisst vielleicht sogar wen. Ich meine, es gibt einige von solchen Leuten hier auf diesem... Ja, wir machen überhaupt keine Namen und Werbung oder sowas. Es sind keine Werbung. Ich will damit nicht mit solchen Leuten überhaupt nichts zu tun haben. Und die sollen ihre Sache da machen. Und gar keinen Merk auf solche Leute, Mann. Das ist nur Zeitverschwendung. Das ist nur Spuckeverschwendung. Verstehst du? Alles, was ich sage, ist, fallt nicht drauf rein. Lasst euch nicht beirren. Ihr seht selber, wer wer ist, macht euer eigenes Bild. Und hört nicht auf das, was irgendjemand mal irgendwo sagt. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich tue niemanden namentlich erwähnen. Ja, sehr gut gemacht. Okay, mein Lieber. Möchtest du dir noch was sagen? Ich bin eigentlich hochgekommen, weil ich gedacht habe, diese kurdische Politik ist unten. Dann komme ich mal hoch, dann kann ich Parallele, wenn du nicht, du brauchst, die ganzen Dinger enthält. Warte, ich muss. Die Crazy Deluxe hat sich ein Dings gemacht. Ein Stummschaltpaket hat er sich gegönnt. Guck mal. Ich helfe dir, mein Crazy Deluxe. Guck mal. Siehst du, guck mal, das Paket, was du gebucht hast. Guck mal. So. Wie findest du das Paket? Zack. Das ist im Angebot heute. Für dich heute umsonst. Amir ist Gott, hat gerungen und verloren, sagt er jetzt. Ach, komm, kurdischer Politiker, riech mal die Bibel, aber diesmal mit offenen Augen und nicht mit komischen Augen. Ist immer lustig, wenn ein Muslim die Bibel... Ja, da besteht doch gar nicht die Weisheit dahinter, dass Gott liebevoll wie ein Vater ist, ja auch gegen uns, der sich auch sozusagen in einer physischen Form zeigt und auch quasi Jakob über ihn gewinnen lässt. Ja, der könnte ja Jakob mit einem Schnipsen auslöschen. Es geht um die Weisheit dahinter. Aber Muslime, die denken ja nur mit ihrem Fleisch so, einfach so ungeistig gehen sie an die Sache ran. Es ist auch immer lustig, wenn ich ein... Es ist immer lustig, wenn ein Muslim die Bibel liest. Es ist immer wieder ein lustiges Unterfangen. Auch dem zuzuhören, was die verstehen. Das ist der Wahnsinn. Ja, mein Lieber, so ist das. Herr Bruder, wenn du jemand anderes... Wo ist denn mein Bruder, der Abo-Hetzer-Rei? Abo-Hetzer? Ja, Bruder, wenn du jemand anderes hochladen willst, du kannst gerne... Alexa antwortet. Wo ist mein Bruder, Abo-Hetzer-Rei? Alexa antwortet. Antwortet dein Alexa auf sowas oder was? Ja, hier, guck mal jetzt, Alexa antworte. Abo-Sendern-Crime. Ja, genau. Abo-Sendern-Crime. Die antwortet nicht, gell? Ja, die antwortet jetzt. Alexa antworte. Alexa antwortet. Wo ist Abo-Hetzer-Rei? Der schaut bestimmt von außerhalb zu, der Abo-Hetzer-Man. Ich schau rein. Ja, wenn das Alexa kann, das wäre ja krass. Ich wusste das nicht. Was? Ich wusste nicht, dass Alexa das kann. Ja, Alexa kann, das ist mein Modi. Dein Homie. Nein, das ist mein Modi, mein Moderator. Deine persönliche Antwort. Sekretärin oder Sekretärin, persönliche. Das ist ein Sekretärin. Ja. Sie ist nicht da. Ich mache gerade Mittagpause, wo du da lasst, wir ein bisschen Mittag machen. Mahlzeit. Amir Scott, Auschwiller wurde gekreuzigt. Also leider ein Opfer. Ja, ich weiß nicht, wer wahrhaftig ein Opfer ist. Ob das Allah ist oder Jesus Christus. Allah, der nicht mal eine Ziege vor seiner Koranfelsse vor einer Ziege aufhalten konnte. Das musst du dir mal geben, wer das wahrhaftige Opfer ist. Gott hat seine Herrlichkeit verlassen, hat das Heldentum angenommen und hat für uns bezahlt. Was hat Allah gemacht? Konnte auch nicht mal eine Ziege aufhalten. Das ist wahrhaftig Opfertum. Genau deswegen habe ich ja gesagt. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Sunan ibn Maja, 1944. 1944. Sunan ibn Maja, 1944. Hassan, mein Freund. Hassan, mein Freund. Ja, Hassan, mein Freund. Ja, 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 ja. Genau deswegen habe ich gedacht, komme ich hoch, weißt du, dass du diesen Ding ausnutzen kannst. Jetzt kommt der mit was anderem. Judas Todwiderspruch in der Bibel. Nein. Ganz und gar nicht. Schaden, schaden. Das ist ja immer lustig, man muss nie mehr die Bibel lesen. Sehr, sehr lustig immer. Immer wieder ein lustiges Unterfangen. Das Problem ist, die Widersprüche finden nur in deinem Kopf statt. Denn Judas hat sich erhängt, viel zu Boden und seine Gedärme rissen auseinander. So einfach ist das. Und jetzt versuch noch mal irgendwas zu machen. Aber ich denke, du hast ja auch langsam ein Stummschein-Paket gebucht, oder? Ein Stummschein-Paket, weil du machst mit so viel Politik. Ein Stummschein-Paket. Was hält ihr davon, wenn wir den kurdischen Politikern ein Stummschein-Paket geben, Leute? Meine Liebe. Umfrage. Ein Stummschein-Paket für kurdische Politiker? Ein Jahr, ein Nein, noch mal zwei Jahres. Das ist ja, die Mehrheit. Wir sind demokratisch. Die Mehrheit hat entschieden. Die Mehrheit sagt tatsächlich Ja. Wieder einer sagt Nein. Divo Nein sagen wir alle Muslime, Mann. Ja. Eine Flat. Der hat sich eine Flat gebucht. Flat break. Oh mein Gott. Der kurdische Politiker, ganz ehrlich, Mann, lies mal die Bibel endlich mal wie ein Mensch. Und wenn du schon dabei bist, lies auch mal deinen Koran wie ein Mensch. Denn der ist schon von dem ersten Satz an eine Katastrophe. Da steht bereits im ersten Wort drin, im Namen Allahs. Ja, ist das nicht Allahs Wort? Wieso sagt er denn im ersten Wort bereits im Namen Allahs? Das geht auf der ersten Seite los und endet die Katastrophe auf der letzten Seite. Ja. Wie kann man an den Islam glauben, nach dem, was wir alles herausgefunden haben? Wie kann man nur im Zeitalter des Internets, wo alles zur Verfügung steht, wie kann man sich dafür den Islam entscheiden? Das gehen wir bis heute nicht in die Birne. Wie auch nicht. Wie auch nicht. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Ja. Wie kannst du nur? Ey. Nicht doch mal. Vor den ganzen Beweisen immer noch die Augen zu verschließen, das muss schon wirklich, das ist auch eine hohe Kunst. Ohne Witz. Das war wirklich eine hohe Kunst. Mach mal bitte das Video von Rob Christian an, wo er sagt, wo er das beweist mit dem Aisha Brustgeben und so. Das heißt, der unauthentische Hadith ist, in dem die Muslime sagen, dass die Milch abgefüllt werden soll in einem Glas oder in so einem Behälter. Guck mal, was für Teufels das sind. Wenn es darum geht, die Religion zu verteidigen, benutzen sie unauthentische Hadithe. Wie heißt das Video? Aber darfst du akzeptieren, dass da werden sie alles in Gang setzen, um das unter den Bus zu schmeißen. Ja, nochmal. In Faithful Force, also wenn es dem Islam nutzt, lügen sie sehr, sehr gerne. Ja, natürlich. Wie heißt das Video? Ah, der King Islam ist ja noch. Okay. Wie geht's dir, Amir? Mir geht's ganz gut. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, dich auch. Mir geht's auch gut, aber mich muss ja keiner fragen. Nee, wie geht's dir denn überhaupt? Als du letztes Mal hier drin warst und so die Wahrheit gesagt hast, gegenüber den Gewalttexten des Islams, da dachten die Leute, dass ich dich hier reingeholt habe, damit du sowas sagst. Guck dir das mal an. Mann, die beleidigen mich doch bis jetzt schon. Die beleidigen dich, ne? Ja, jedes Mal Beleidigungen, höre ich sowas, weiß ich was. Nur weil man die Wahrheit sagt. Wenn man die Wahrheit sagt im Islam, wird man total beleidigt. Ist leider so. Verstehst du? Das Problem ist, Amir, bei dir, du gibst diese Leute hier eine Plattform. Du lässt sie hochkommen, die gehen dann in eine andere Plattform. Guck mal, ich habe Amir richtig fertig gemacht. Du darfst ihnen einfach keine Plattform geben. Ja, jeder darf hier rein. Ist ja kein Problem. Ich weiß, aber die Muslime glauben noch daran, dass er dich wirklich fertig gemacht hat. Mit Wirklichkeit hast du ihn ja fertig gemacht. Ja, die wollen es nicht einsehen. Das ist ja das Problem. Die Leute können es ja dann sehen und selber dann mit ihren eigenen Augen beobachten und ihr Verstand benutzen. Aber du brauchst sie nicht mehr zu bekämpfen. Die machen sich schon selber gegenseitig fertig. Ja. Das hat sich schon längst erledigt. Die machen sich bald, kommt, bleibt nur noch einer übrig. Dann brauchst du ihn nur noch, den zu bekämpfen. Ja, und der kräft da gegen sich selber, gegen seinen Fuß. Die beleidigen sich bis zum Äußersten, bis zum Allerletzten. Die gehen schon auf Mutter und Vater auf. Verstehst du? Also im Endeffekt hast du schon so gut wie gewonnen. Weil die werden sich selber abschlachten, bevor du schon anfängst, hier weiterzureden, um was zu sagen. Verstehst du? Und das Problem ist auch bei denen, wirklich, da stehen ihre Bücher, zum Beispiel, du sagst über Aishet, ja, zehnmal gestillt. Da steht drin, ja, wirklich, ich habe das selber gelesen. Aber weißt du, was über Abu Talib steht? Dass er auch Männer gestillt hat. Bei den Schiiten. Abu Talib hat Männer gestillt? Ja. Dass er einen Mann gestillt hat. Ja, Mann, das steht bei den Schiiten-Büchern drin. Bei den Schia? Ja, der sagt, wa nazara rajulun ba-abi-baqir, al-ba-abi, wie heißt der nochmal? Abi Talib. Ja, da steht auch, überall steht irgendwas drin. Überall steht, überall, wo du reingehst, steht irgendein Mist. Verstehst du? Ich such's gerade. Und wo du sagst im Koran, dass da drin steht, man kriegt diese harten Dinge, guck, was du sagst. Da steht wirklich, wa ka'iba atraba. Verstehst du? Ja, die schwellen Busen. Ja, genau, richtig. Das steht da drin. Ja, du siehst ja, dass die Übersetzungen das rausgeholt haben. Die übersetzt das nicht mehr mit Brüste. Wahnsinn, ne? Nee, ka'iba atraba bedeutet runde Dinger. Richtig hart. Verstehst du? So heißt ka'iba atraba. Ka'iba atraba, ja genau. Ja, ka'iba atraba steht drin. Das bedeutet runde Dinger und richtig schön hart. Also ich bitte dich, wer glaubt denn an so einen Mist? Verstehst du? Also, naja, vielleicht ist ja die Übersetzung falsch. Verstehst du? Aber ich glaube nicht, dass das so heißt. Ja, das ist für uns Christen natürlich sehr, sehr ersetzlich, wenn Gott so sagt, ich werde euch Frauen geben mit ultraschwellenden Brüsten, die nicht hängen werden und so wie Granatäppel sind. Ja, richtig, das steht runde. Ja. Offen und ehrlich, warum soll ich dich anlügen? Man muss doch die Wahrheit sagen. Ich verstehe gar nicht, warum man lügen soll. Aber die meisten Muslime schämen sich deswegen, verstehst du? Guck mal, ich werde jetzt bestimmt aufgenommen und morgen werde ich gepostet, sodass du Bescheid weißt. Weil die Muslime, die werden mich morgen nicht behalten. Du werden sagen, guck mal diesen Ungläubigen, der hat mir gesagt, Al-Zubillah, der gehört in der Hölle. Der wird richtig lodern. Er und Amir, die werden richtig in der Hölle. Ich hab dich bezahlt, damit du hier reinkommst. Ich hab dich bezahlt, damit du hier reinkommst. Guck dir das mal, was die da machen. Du hast mich bezahlt. Ey, wenn man hört, du gibst mir jeden Monat 300.000 Euro, dass ich sowas rede oder sowas. Die erzählen nur Scheiße, Mann. Ey, ich hab's gefunden. Die sollen mal ihre Bücher. Ja, hast du gefunden? Ich hab's gefunden. Mit Al-Khafi, Kapitel 111, 27. Ich hab's gefunden, tatsächlich. Warte ganz kurz. Al-Khafi? Ja. Warte. Auf die Talie. Ich muss das auch. Ich muss das auch. Ich muss das auch. Ich muss das auch. Okay, King Islam, danke für deine Worte, mein Lieber. Gott, danke für den Radies. Tatsächlich. Anna. Ja, hat er recht gehabt, ne? Der King Islam. Ja, ja, stimmt. Tatsächlich. Ich hab's gefunden. Sofort hab ich's gefunden. Nicht mal lange suchen musste ich. Da. Wie heißt der Hadith? Al-Khafi? Sag ja, also Al-Khafi wo? Schau hier. Al-Khafi, Chapter 111, Nummer 27. Und unten, ich hab immer... Kapitel 111, Hadith. Hörst du mich? Mach Screenshot. Mach Screenshot. Hörst du mich? Nein, ist okay. Mach weiter. Übersetz das bitte. Also, mach mal Google Übersetzer oder was. Ich hab gute Dinge. Ad drin. Wenn du würdest, kann ich dir sagen, guck, hier ist das Englische. Direkt immer drunter ist bei mir immer das Deutsche. Ich hab ein gutes Programm gemacht, du wirst. Ah, cool. Sehr gut. Er lese mal vor. Ich sag dir nachher, welche Ad das ist. Guck mal. Mohammed ibn Yahya hat von Said ibn Abdallah, von Ibrahim ibn Muhammad, Al-Takhafi, von Ali ibn Muallah, von seinem Bruder Mohammed bin Durust, Ibn Abu Mansur, von Ali ibn Abu Hamza, von Abu Basir, von Abu Abdullah, aleyhisselam, überliefert, der folgendes gesagt hat. Als der heilige Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, geboren wurde, blieb er tagelang ohne Milch. Abu Talib selbst stillte ihn und Allah schickte Milch durch seine Brustwarzen. Es dauerte ihn. Das ist ja krank. Das ist krank. Ja, das ist heftig. Ja, und pass auf. Es dauerte mehrere Tage, mehrere Tage, bis Abu Talib, Alima al-Sadiya, fand und ihr das Kind übergeben wurde. Wahnsinn. Also die Schiiten, die Schiiten sagen, dass Allah dem Abu Talib so Milch einen Schuss gab, damit der Mohammed stillen konnte. Ja. Das grenzt an Wahnsinn. Das grenzt an Wahnsinn. Und das in Al-Kafi. Al-Kafi. Das ist krank. Geil, gell? Ja, jetzt müssen wir einen Schiiten hier reinholen. Gibt's hier irgendeinen Schiiten, der hier reinkommt und das Ganze mal erklärt? Was ist das? Das wäre nicht verkehrt. Aber wirklich speichern wir es hier, wenn wir mal wirklich speichern, wir es hier werden. Was? Warte einfach und schau auf deine Zahlen. Warte jetzt. Pass auf, ich mach das jetzt, okay? Ich mach das jetzt. Ich mach mit vier Handys gleichzeitig, dann geht's bum 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 bum. Pass auf. Ja, Wahnsinn. Bum 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 bum. Im Bum bum room. Der hat, ja, Bum bum room. Habe ich heute hochgeladen. Ey, von vier Videos, drei Stück sind bei mir gescript. Ja? Das ist der Wahnsinn, wie die zensieren gerade. Ja, natürlich. Die Zensurwelle findet überall statt, das denkst du. Ja. Aber hast du gemerkt, auf Instagram wird echt gar nichts zensiert? Nix. Joa, Instagram ist auch heftig. Bei mir nicht. Gar nichts wurde zensiert. Und ich habe auf Instagram viele Follower. Mit 11.000. Da wird gar nichts zensiert. Das maximalste, was die machen, ist, Vorsicht, das ist vielleicht ab 18. Aber löschen tun die es nicht. So, Bruder, jetzt müsste es losgehen eigentlich bei dir. Handy Nummer eins. Jetzt geht los Handy Nummer zwei gleich. Wie viele Handys hast du denn? Fünf, Bruder. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, hast du nicht so viele Handys. Immer alle zwei Jahre kriegst du so ein neues Handy. Ach so, ja, stimmt. Du hast doch bestimmt auch fünf Stück dahin rum. Nein, ich habe zwei Handys. Schenkst du für die Leute in Iran so, wenn du in Iran gehst, dass du schenkst? Kannst du überhaupt noch nach Iran? Ich glaube nicht, gell? Nein, ich darf den Iran nicht betreten, sonst bin ich sofort tot. Ja, stimmt, stimmt. Ich kann auch nicht mehr in Türkei. Ja, aber die kennen dich doch nicht. Du hast doch dein Gesicht nicht gezeigt. Du kannst doch ganz locker da hinfahren. Oder meine Familie hat mich... Du weißt. Meine Familie hat mich offengelegt. Deine Familie hat dich offengelegt? Ja, so wie im Koran drinsteht. Nicht mal dein eigener Vater, etc. Du weißt doch. Teuflisches Kult. Nicht mal vor ihre eigenen Kinder. Hakan sagt auch noch... Was denkst du denn, wenn Mohammed gesagt hat, dass derjenige umgebracht werden soll, der seine Religion wechselt? Meinst du, dann machen die halt vor ihren Kindern. Die lieben Mohammed mehr. Guten Tag. Hallo, hallo. Guten Tag. Was läuft? Was läuft? Also ich bin gerade reingekommen. Ihr habt über irgendwas gelacht. Kann man das noch wiederholen? Hier muss ich wissen. Ja, die Schiiten haben in ihren authentischsten Quellen verzeichnet, dass Gott, also dass der Allah, dem Abu Talib, so Milcheinschuss in seine Brüste gegeben hat und damit Mohammed gestellt hat. Hey, was? Ein Mann hat einen Mann gestorben? Ja. Aber früher gab es doch, früher gab es doch dieses Gendern und so weiter nicht. Hä? Ja, das ist ein Geschlechtsding, Scheiße. Da gab es doch früher nicht. Hä? Da gab es doch kein LGBTQ. Doch, es gab. Ja, nein, dieses Geschlecht, wie heißen die Scheiße nochmal? Ich weiß, was du meinst. Ja, diese, was die LGBTQ-Gemeinde da macht. Das ist, dass es keine, also non-binäre Person, also Geschlechter gibt. Non-binär. Ja. Ja, und wie hat dann, wie hat ein Mann da Dings Milch in seinen Brüsten? Ja, durch Gottes Einwirkung. Durch Gottes Einwirkung. Gott ist allmächtig und hat Abu Talib, ja, die Brüste voller Milch gemacht. Und damit hat der Mohammed dann gestellt. Genau. Er hat Milch in seine Brüste reinschießen lassen. Bruder Ex-Muslim, was warst du? Warst du Sunnit oder Sheth? Ich komme aus einer shethischen Familie, aber habe mich für die sunnitische Richtung dann interessiert. Ja. Ich weiß nicht, ich komme rein, es wird einfach nur gelacht. Ich so, was ist denn hier los? Ich muss unbedingt wissen, was das ist. Ich will es unbedingt noch wiederholen, Alter. Ja gut. Die andere Katastrophe befindet sich ja auch in den sunnitischen Büchern, als Aisha, die Männer der Quraysh gestillt hat, die Frau von Mohammed, die Kindsfrau von Mohammed, hat die Männer der Quraysh gestillt. Heftig, ne? Dings, ich habe noch eine, also du kennst dich sehr gut damit aus, ich habe nur eine Frage. Stimmt es, dass Mohammed seine eigene Töchter, du weißt schon? Davon weiß ich nichts. Ah, okay. Ich habe eine Verstoßverwarnung bekommen, Stimmt. Die haben es schon wieder geschafft. Die haben es schon wieder geschafft, die Kleid. Es war nicht wegen des, es war wegen Dinge. Er hat, ähm, der Bedur-Saison hat, äh... Ich gehe wieder raus, bis später, ciao. Ich gehe wieder raus, Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Ciao. Ciao, ciao, mein Lieber. Wir sind in Sachen Rassismus, so wie ihr gehört habt, auch von dem Afrikaner, stehen sich ihm nichts nach, ne? Das ist unfassbar. Einen unglaublichen Rassismus haben die in sich. Amir hast du heute Geburtstag? Nein, ich habe keinen. Ich habe heute nicht Geburtstag. Ich habe am 25. März Geburtstag. Wer hat mit mir Geburtstag? Hä? Hängt? Bleib stabil, ja, natürlich bleibe ich stabil. Amir hast du nicht den März Geburtstag? Ja, habe ich doch gerade eben gesagt, 25. März habe ich Geburtstag. Wer hat mit mir Geburtstag am 25. März? Boah, Amir. Was, boah, Amir? Was habe ich denn gemacht? Unsere Sunda und den Propheten schlecht darstellen. Darzustellen. Sunda und den Propheten schlecht darstellen. Darzustellen. Ja, ne? Wenn da solche Sachen drinstehen, dann natürlich stelle ich das in Frage und sage, nimm mal zu, was ist das denn bitte? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und ihr sagt, dass das ein Prophet ist, der solche unwissenschaftlichen Dinge von sich gibt, der von Satan kontrolliert wurde, dass ein Jude sogar die Möglichkeit hatte, ihn zu verhexen, der von einem Dämonen gewirkt wurde, der Menschen Kamelurien empfohlen hat. Willst du mich veräppeln, oder was? Du bist Widder, genau. Mit dem Kopf durch die Wand. Zehnter Viertel. Kannst du mir bitte Lukas 19, 27 erklären? Ja, diejenigen meiner Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König bin, bringt sie vor mir und schlachtet sie. Das ist in der, wie sagt man, der Herr benutzt da ein Gleichnis auf den König, auf sich selber dann in der Endzeit, wenn er komplett wieder zurückkommt und dann als König hier auf dieser Welt regiert. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Dann wirst du einen Jesus kennenlernen. Wenn du deinen Mund aufmachst, dann wirst du sehen, was dann passiert. Was bedeutet der Name Christopher? Keine Ahnung, google das doch. Grüße aus Polen. Ja, Grüße aus Deutschland zurück. Hallo. Ja, ein bisschen besser. Okay, ich wollte nur sagen, ich finde das super, was du machst. Und sowas alles lasst dich nicht unterkriegen, auch von den anderen. Weil gestern hat ja einer ja eine Frage gestellt, wenn du alles schon quasi zu dir ziehen konntest, zu den Glauben, zum Jesus. Zum Beispiel mich, dadurch habe ich auch schon viel mehr erfahren und bin auch mehr am Lesen. Und es ist auch wunderschön, was du machst. Ich höre euch sehr, sehr gerne zu. Mach weiter. Ja, wundervoll. Wundervoll. Es ist sehr, sehr schön. Ich danke dir auch und deinem Bruder Reza auch. Gott segne dich. Danke dich auch und deine Familie. Okay, mein Lieber. Möchtest du noch etwas sagen? Danke, das ist alles. Okay, dann Gott segne dich, ja. Wenn was ist, dann kannst du mal wieder rein, ja. Dankeschön, dich auch. Okay, ciao. Ciao. Ja, Gott segne dich. Oh nein, Imam Metti ist da. Oh nein, oh nein. Leute, Imam Metti ist da. Ich kann beweisen, dass der Koran von Gott kommt. Ich kann beweisen, dass der Koran von Gott kommt. Ich kann jetzt beweisen, ich schwöre. Hör zu, hör zu. Ich kann jetzt beweisen, dass der Koran von Gott kommt, okay? Ich beweise das jetzt. Hör doch zu, Digga. Hör doch mal zu. Ja, was war ich denn? Ich bin doch hier, hör dir doch zu. Okay. Guck mal, wenn du jetzt einen Autounfall machst, ne? Dann ist das, dann ist das ein Beweis, dass der Koran von Gott kommt, okay? In 5 Sekunden, wenn du in 5 Sekunden einen Autounfall machst, dann ist der Koran von Gott, okay? In 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt soll dein Auto platzen und du fliegst in die Luft und das ist dann ein Beweis, dass du von, dass der Koran von Gott kommt, okay? Wenn du jetzt einen Unfall machst, jetzt, gerade jetzt, wenn du einen Unfall machst, dann ist das ein Beweis für Gott, okay? Aber du lügst, du lügst, wenn ich dich sehe, du wirst sehen, was mit dir passiert ist. Ich höre bei Allah, ich bin kein Sunniter oder Schiiter, du wirst sehen, was ich mache. Ja, du bekommst Messer im Bauch, Digga. Du wirst Messer im Bauch bekommen und ich weiß, wo du hattest. Habt ihr es gehört, Leute? Du wirst Messer im Bauch bekommen. Habt ihr es gehört? Ich höre bei Gott, du wirst sehen, was ich mit dir mache. Ich höre bei Allah, ich bin kein Sunniter, ich bin kein Türke oder so. Ich bin Psychopath, ich will 15 Jahre in den Knast gehen. Ich will in den unendlich Knast gehen, unendlich lebenslänglich. Ich liebe Knast, Einzelzelle, 24 Stunden Zelle. Ich höre bei Allah. Ich höre bei Gott, du wirst sehen, was ich mache. Du denkst, du lachst jetzt. Du lachst jetzt, aber du wirst sehen. Ich habe dich noch nie gesehen. Gott segne dich, jemand, mein Gott. Ich habe dich noch nie auf der Straße gesehen. Du wirst die Ewigkeit in der Hölle bleiben, mein Lieber. Nein, nein, du wirst... Ich höre bei Gott, ich bin kein Sunniter, Schiiten sind keine Muslime. Schiiten, das sind alles Heuchter, diese Türken, ich hasse die. Diese Araber, das sind diese Kurden und so, diese Leute, diese ganzen. Ich mag dich, ich bin nicht so. Ich bin ganz anders, Kollege. Ich verstehe das, ich bin Psychopath, ich bin verrückt. Ich verstehe das, ich mache alles für meine Religion. Ich töte meine Mutter, meine Geschwister für meine Religion, okay? Für alles mache ich für meine Religion, okay? Mein Vater, meine ganze Familie schlachte ich für meine Religion, okay? Ich höre bei Gott, wenn ich dich sehe, bekommst du, hör auf damit, ich sag dir. Ich gebe dir eine letzte Chance, hör auf jetzt, entschuldige dich. Nimm jetzt den Islam und schau bei Gott, ich schlachte dich. Irgendwann erwische ich dich, Kollege. Irgendwann sehe ich dich. Irgendwann sehe ich dich und danach bekommst du besser im Bauch. Ich bin verrückt, ich sage dir das. Und keiner kann dir nicht helfen. Durch den Teufel, siehst du die Leute, was der Islam mit ihm macht, siehst du das? Polizei ist nicht 24 Stunden bei dir, Verfassungsschutz ist nicht 24 Stunden bei dir, Kollege. Ich sag dir, Polizei ist, du kannst dich nicht 24 Stunden beschützen. Entweder der Teufel auch lüft, siehst du? Was siehst du das? Bei mir ist es egal. Du lügst über den Propheten Mohammed, das, was du sagst über Mohammed steht nicht im Koran. Aisha hat keine Brust gegeben, Männer. Das ist eine Lüge. Du lügst. Alles, was du sagst über Mohammed ist eine Lüge. Wo steht im Koran? Aisha war sechs Jahre alt, als sie geheiratet hat. Das steht nicht im Koran. Wo steht im Koran, dass Mohammed eine Frau Brust gegeben hat? Das steht gar nicht im Koran. Verstehst du das? Links, wo steht das im Koran? Du bist ein Lügner. Und Sunniten sind keine Muslime. Das sind Kuffare. Sunniten sind Kuffare. Schiiten sind Kuffare. Aliviten sind Kuffare. Ahmadiyya sind Kuffare. Alle sind Kuffare. Okay, nur ich bin ein Muslim. Nur die Leute, die dem Koran folgen, sind Muslime. Und im Koran steht, ja, in Surah 33, Vers 62 steht, jeder, der lügt über den Propheten Mohammed, soll man töten. Ich schwöre bei Allah, das steht im Koran. Guck selber. Surah 33, Vers 62. Und alle, die das nicht machen, alle, die das nicht sehen und nicht das machen, ist kein Muslim. Jeder Muslim, der sich auf der Straße begegnen und die kein Messer in den Bauch rammt, ist kein Muslim in meinen Augen. Ich schwöre bei Allah. So einfach ist das. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört, was der Islam mit seinem Gehirn gemacht hat? Ja, ich bin stolz drauf. Habt ihr gesehen? Nicht der Islam. Du, du, ich hasse Jesus Christus wegen dir. Wegen dir hasse ich Jesus Christus. Ich verfluche Jesus Christus. Ich fluche, der Fluch kommt jetzt auf Jesus Christus. Weißt du, ich hasse Jesus. Früher habe ich ihn gebeten, aber jetzt hasse ich dich nur wegen dir. Was hat der Islam mit dein Gehirn gemacht, Iman, mit dir? Was hat der Islam mit dein Gehirn gemacht? Du, du, du hast das gemacht. Du hast es gemacht. Ich mag Jesus nicht wegen dir. Ich mag ihn nicht. Ich hasse ihn. Auch wenn er im Koran ein großer Prophet ist. Ich hasse ihn, weil er ihn vergöttert. Er vergöttert Jesus. Verstehst du das? Er vergöttert. Er macht ihn zu Gott und so. Obwohl er nur ein Prophet war. Er war nur ein Prophet. Er war nur ein Prophet. Er sollte nur die Wahrheit verkündigen. Er sollte nur die Juden sagen, ey, folgt die Tora. Folgt mein Buch, die Bibel. Weil die Bibel war von Gott, aber jetzt ist die Bibel verfälscht. Jetzt ist die Bibel von Paulus, von Markus und Johannes. Okay. Und jeder Christ, der den Islam kritisiert, und ich erwische ihn draußen auf der Straße, werde sehen, was mit ihm passiert. Alle Christen, die kritisieren. Jetzt müssen auch alle Christen umbringen. Jetzt müssen auch alle Christen umbringen. Ah, muss man schlachten, Alsa. Ah, Imam Metti. Siehst du, wie gewalttätig deine Religion ist? Siehst du? Ihr seid doch auch gewaltt. Dein Land Deutschland gehört zu NATO. Wo ist der Unterschied zwischen NATO und ISIS? Die NATO tötet auch andere Menschen. Warum sagt so nichts gegen die NATO? Arte darauf, dass die Polizei nicht der Eintritt. Richtig kaputter Typ. Wisst ihr, wie lange der schon diese ganzen Sachen macht? Der ist so verrückt, der Typ. Wisst ihr schon, wie lange der hockt da in seinem Zimmer? Ganz arme Seele ist das. Der hockt da in seinem Zimmer und dann redet er diese ganzen komischen, behämmerten Sachen. Ich glaube, der hat ein Rad ab, der Typ. Der steht, glaube ich, unter Tabletten oder keine Ahnung, was der da ist. Ja, aber seht ihr, der islamische Geist, der ihn auf einmal bemächtigt, weil so abwegig hat er gar nicht vom Islam gesprochen oder die islamischen Quellen berücksichtigt. Der hat das schon richtig verstanden, ne? In der Hinsicht, dass man gegen den Islam nichts sagen darf, sonst passiert dies und das. Das seht ihr. Hab mir den Teufel von dir, ja genau. Da habt ihr mal den Teufel leibhaftig gehört. Guckt mal, wie sauer der Teufel ist. Merkt ihr das? Der Teufel ist sehr, sehr sauer. Sehr, sehr sauer. Und wer bekommt dann eine Anzeige? Ich bekomme dann eine Anzeige. Richtig verkehrte Welt, die bedroht mich. Und dann bekommt Dr. Scherer, wo haben wir eine Anzeige wegen Bedrohung? Ist das heftig. Ich kann nicht mehr. Das ist so krank alles. Das ist alles so krank, ey. Ja, weil ihr zusammenarbeitet. Das geht kaputt, ey. Das ist doch einfach nur noch kaputt. Hörst du mich? Salamu alaikum. Ja, du bist doch der von gestern, der seine ganzen Schriften am Leugnen ist. Ich habe eine Frage jetzt mal, abgesehen von Schriften und dies und das. Wieso gehst du mit... Ich verstehe keine Frage. Wie kannst du mir das mit Glauben begleiten? Wie soll ich das denn machen? Der Herr Jesus, nimm den Herrn Jesus Christus als sein Herrn und Heiland an. Hast du alles richtig gemacht? Amir, wie geht's, Bruder? Danke, ganz gut. Ich küss dein Herz, Bruder, was du hier machst, ne? Ich wollte nur Danke sagen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ihm gebührt die Ehre, der Dank, der Lob, alles. Amen, Bruder. Wir sehen uns. Alles klar. Gott segne dich. Chinesen, habe ich dir nicht verboten, hier hinzukommen? Du bekommst ein Stummschaltpaket. Ja, der auch. Stummschaltpaket. Zeig ihn an, Amir. Das ist eine ganz arme Seele. Wenn ihr seht, wie der da sitzt, auf seinem Bett. Und was am Hoch. Also, ganz, ganz. Ich glaube, der ist auch in Psychiatrie oder so. Du musst den Hansajab. Eigentlich muss man für diese Arme ein bisschen bitten. Was ist dein Taufspruch, Bruder? Römer 8, 38. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Weder Drangsal, Schwert, Angst, Blöße. Überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wie geschrieben steht, werden wir geschlachtet wie Schafe. Der Typ muss auf jeden Fall angezeigt werden. Ja, der tut mir irgendwie... Ja, der tut mir irgendwie... Ja, das sollte da genau. Wenn nicht, dann sollte der in Behandlung gehen. Genau das denke ich mir auch. Dass der eventuell in die Psychiatrie wieder zurückverfrachtet werden soll. Das kann ja durchaus sein, dass der auf einmal ein Rad abbekommt und seine Drohung ja wahr macht. Also, das muss man schon ernst nehmen. Ja, da seht ihr mal, wie das hier abläuft. Schalom. Möchtest du seinen Schritt jetzt annehmen oder willst du ihn verleugnen? Aber wieso gehst du mit psychisch gestörten Leib? Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch nicht gut. Und dann stellst du ihn hier bloß als dies und das ist nicht gut. Und das ist nicht erwachsen, das sag ich dir ehrlich, wie ist das so. Egal welche Ideologie man verfolgt, das ist... Ich höre keinen Vorhand, Mann. Wie leise ist das bei dir, Mann? Ich habe gesagt, wieso gehst du mit solchen psychischen... Du musst bitte näher ans Handy kommen. Aktion, Reaktion. Ja, das ist das. Der Herr Jesus Christus hat ja uns ja schon gewarnt, dass es Menschen gibt, die uns hassen. Und uns auf Jesus Christus verfolgen und wir Leid erfahren werden. Aber das betrifft ja auch euch alle. Sobald ihr sagt, dass Jesus Christus ist Gott, habt ihr richtig keine Muslime, weil sie sagen, nein, Allah hat keinen Sohn. Und dann fängt das Problem an. Und wenn ihr nicht davon ablässt, dann werden die Muslime mit euch das... Die Muslime vor ihm ablässt. Und ver... Sich werden... Und ver... Sich werden... Ja, der Glaube an den Herrn Jesus Christus birgt natürlich Gefahren mit sich. Zusätzlich noch, wenn du den Islam halt auf den Prüfstand stellst und den Islam widerlegst. Aber es reicht ja nur, wenn du sagst, Jesus ist der Sohn Gottes. Das reicht ja schon aus, dass die Muslime ausrasten. Amen, mein islamischer Bruder. Jesus ist der Allmächtige. Amen. Ist diese Leonora hier am Rumspammen oder was ist das denn? Ich wünsche dir alles Gute, Amir. Hoffentlich findest du zur Wahrheit. Ja, danke. Ich wünsche dir auch alles Gute. Und ich habe zur Wahrheit gefunden. Denn der Herr Jesus Christus ist ja die Wahrheit. Er ist Alham. Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Mami, ich danke dir dafür, dass du trotzdem immer wieder für deinen Herrn seine Botschaft bekommst. Ja, Amen. Möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen von uns festigen und wirklich diese Kraft weiter nach vorne marschieren. Aufhalten. Das ist das denn. Das ist das denn. Du, ein Mensch, nicht wie Gott anwählen. Ja, aber was machst du denn, wenn dieser Gott entschließt, Mensch zu werden und mit diesem verheerlichten Körper dann zum Himmel aufsteigt? Was machst du denn, wenn zum Beispiel die Apostel und die Jünger Jesus Christus angebetet haben? Sollen wir, die wir das nicht lesen, ihn auch anbeten? Absolut, bis wir ihn abbeten, denn er ist von Ehrigkeit zu ewig. Ich sage es dann selber in Offenung 1,18. Wir beten zum Gott, ne, ihr betet zu einem Bein. Ihr betet nicht zu Gott, ihr betet zu einem Wesen, das sich ganz komisch beschreibt. Ja, ich denke, das Gespräch gerade wurde ja aufgenommen. Und das ist ja öffentlich und da liegt ein öffentliches Interesse. Das heißt, wenn man hier öffentlich reinkommt und das Ganze wird ja immer aufgenommen von hier verschiedensten. Das heißt, wenn man hier öffentlich reinkommt und das Ganze wird ja immer aufgenommen von hier verschiedenen Kanälen, verschiedenen Geschwistern, aber auch Mitschreitern für Menschenrechte. Und ja, es kann sein, dass die Polizei dann das Ganze dann selber herausfinden möchte, wer das war, wer diese Drohung ausgesprochen hat. Aber wie kann ich dich hier kontaktieren? Ja, entweder hier über TikTok oder über Instagram. Aber ich bekomme ja so Millionen von Nachrichten. Das ist unmöglich, allen zu antworten. Ganz vergessen, ich brauche so ein ganzes Rechencenter, um das alles abzuarbeiten. Das ist unmöglich, das geht nicht. Was der wohl macht, der El-Curdy? Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie Dich auch, Gott segne dich auch und deine Familie Du, ich habe mal eine Frage Und zwar, du sagst ja das über den Islam Und was ich da gehört habe, ist ja echt krass Und ich glaube dir da ja auch Aber was sagst du zum Judentum? Zum was? Zum Judentum Was soll ich denn dazu sagen? Ja und den Zionisten und äh Haben die nicht auch irgendwie so etwas vor? Wie du das über den Islam... Ja du siehst ja, du siehst ja, dass die Elite vorhat, das Bargeld bald verschwinden zu lassen Und uns einen Chip unter die Haut einplatzen zu lassen Und die Bibel redet davon, in Offenbarung 13, 16 Dass das Zahlungsmittel wird Und das versuchen die gerade auf Hochtouren im Hintergrund Wird das gerade bearbeitet und das geht bald Ja wird das uns hier schmackhaft gemacht, das ist unglaublich Das ist vom Judentum? Nein, nein Von der ISIS Nein Hast du mir nicht zugehört? Am Anfang war es schlecht zu verstehen, bitte? Von der Elite Ja genau, ja das stimmt Ja Es wäre sehr sehr sinnvoll, wenn du dir den Vortrag von meinem Bruder angucken würdest Illuminati, das größte Geheimnis der Welt, entschlüsselt Okay Ja und da bringt mein Bruder die ganzen Beweise und zeigt, dass bald die Elite das Bargeld verschwinden lässt Nach und nach und sich die Bibel erfüllt in Offenbarung 13, 16 Und uns ein Zahlungsmittel gegeben wird, das wir an unsere rechte Hand bekommen oder an unserer Stirn Und die sind da gerade auf Hochtouren das Ganze zu installieren Und was meinst du, was wir dagegen machen sollen? Gar nichts Deswegen wird der Herr Jesus Christus selber in den Luftraum kommen Und seine Heiligen mit sich ziehen Du kannst hier nichts mehr machen Der einzige Weg aus diesem Wahnsinn rauszukommen ist nach oben zu Jesus Christus Die Entrückung 1. Thessalonischer Kapitel 4, Vers 16 Und dieser Michael Stürzenberger, siehst du den auch als so eine Art falschen Propheten? Kennst du diesen Michael Stürzenberger? Der ist doch kein Prophet, der ist jemand, der einfach über den Islam aufklärt, Mann Naja, oder ihn sehr schlecht macht, den Islam Aber ich glaube Was meinst du, ist das schlecht? Also gibt es schlechte Sachen im Islam, wenn man da aus dem Koran vorliest, dann ist das schlecht, ne? Nein, nein, jetzt wo man das von dir hört, ist das ja eine ganz andere Sache Also ich finde, du zeigst das auch viel besser als er Und dann kann ich das auch eher verstehen Bei ihm ist das so ein bisschen so hetzerisch Weiß ich nicht Also er will die auch immer ein bisschen ärgern Provozieren Das finde ich halt nicht so gut Und ich weiß, dass der Stürzenberger zu der Elite einen Kontakt hat Ähm, das wurde halt auch mal überprüft Und da hängt er mit denen da, mit diesem Gebäude, was eingestürzt ist am 9.11. Da hängt er mit denen zusammen Sein Freund, wo er immer von zitiert, der verstorben ist Der hatte ganz starke Kontakte nach dahin und er halt auch Und ich weiß, dass die Juden irgendwie immer diesen Islam so schlecht machen wollen Wenn man das jetzt hört, was du da sagst, ist das ja auch sehr schlecht und böse Aber ihr sagt ja auch, die meisten wissen das gar nicht, die hier sind Achso, haben die Juden dann recht? Haben die Juden dann recht, dass der Islam so schlimm ist? Ja, na klar Aber deswegen sind sie ja nicht besser Siehst du, danke Ja Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute Du bist echt ein cooler Typ Macht Spaß dir zuzuhören Gott segne dich und deine Familie Würdest du ihn zum Herrn Jesus Christus finden Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit Ich bin bei Jesus Christ Ich lese zwar nicht die Bibel Und gehe auch nicht in die Kirche Weil das, die finde ich halt auch falsch Und, äh, aber ich weiß, dass es meinen Gott gibt Und das seit klein auf Und, äh, ja Und hab immer wieder zu ihm gefunden Und, ähm, ich glaub auch immer nur an das Gute Das bringt dich nicht weiter Du musst eine Entscheidung für Jesus Christus treffen Und eine persönliche Beziehung mit ihm haben Die hab ich Hast du nicht Du lebst weder die Bibel Hast keine Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus Du lebst einfach dein Leben Und das ist natürlich sehr, ja Meinst du, weil ich nicht in die Kirche gehe, oder? Nein, das hat nichts mit Kirche oder einem Gebäude zu tun Hast du eine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus Christus Nimmst du täglich dein Kreuz auf Dich redest du von Jesus Das Kreuz ist ein Folterinstrument Ich meine geistlich gesehen Dass du leid auf die Kirche Ja klar, ja klar Ja klar Ich weiß, wenn er mit mir spricht Ich fühle ihn Ich fühle das, was dir vorhin der Russe erzählt hat Genau diese Geschichte Äh, ja Fühle ich Hätte mich zu Tränen beinahe gerührt Oder, ja Das alles Ja, natürlich Ich merke, dass Gott Und dass er mich auch leitet Gute Dinge zu tun Nicht zu hetzen Oder halt besser als Mensch zu werden Und auch, wie du sagst Eben auch friedlich zu bleiben Und ich finde auch Wir sollten uns auf diese Art und Weise zu verständigen Und ich dachte, dass früher auch Dass bei den Muslimen Dass die auch sehr gute Menschen sind Aber jetzt Die sind sie ja wahrscheinlich auch Aber die Ja, die Wo ihr halt eben vorliest Diese schlimmen Sachen da Oder diesen Quatsch mit der Brust Und all so Blödsinn Da muss man ja eigentlich wach werden Also Das würde ich den Muslimen auch wünschen Weil ich weiß, die meisten sind echt gute Menschen Ich kenne sehr viele von denen Und ich war auch im Knast Und da habe ich die beste Zeit immer mit den Muslimen gehabt Also Mit den ausländischen Kollegen Und Ja, ist einfach so Die müssen das nur auch wissen Man muss denen das irgendwie zeigen Dass da wirklich so ein Quatsch steht Danke dir für deine Worte Gott segne dich Ich mach's gut Ich mach's gut Alles hier mitmachen Das ist unglaublich Ich könnte mal wieder Ich sag's doch ey Ohne ein Lächeln Ohne ein Lachen Das kriegst du nicht Mal wieder nicht Also Ich ich koch's gut Ich Vielen Dank. 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 Für so eine Aussage geht's ... 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 Ich habe gesagt, du hängst, weil du Angst hast, mit mir zu debattieren. Ich hänge, weil ich keine Lust habe, mit dir zu debattieren. Nein, nein, weil du Angst hast. Einmal hat dein Muslim bei dir im Stream und du hast gehangen und der hat gesagt, Armin hat Angst vor mir. Der tut so, als ob er hängt. Ach so. Ich habe extra so gemacht. Ja, ja. Nein, ich habe, wie gesagt, also ich glaube, es gibt keinen expliziten Vers, wo Allah selber von sich sagt, er ist Gott, weil ich habe keinen gefunden. Wir haben auch gestern Abend bis 22 Uhr war ich im Stream, da gab es eine Challenge, dass ein Muslim hochkommen soll und ein Vers zeigen soll. Also die Frage blieb unbeantwortet. Und deswegen wollte ich dich fragen, weil du dich auch sehr gut damit auskennst, ob du einen Vers kennst, wo er explizit sagt, er ist Gott. Nicht Allah. Das ist eine gute Frage, ne? Ja, weil Allah wissen wir alle. Hast du, mein Lieber, mein Lieber, hast du das Internet gerade zur Verfügung? Ja, habe ich, ja. Geh mal bitte auf searchtruth.com, searchtruth.com. Okay, weiter. Hast du die Seite aufgeschlagen, das ist von den Muslimen, searchtruth.com? Ja, habe ich, ja. So, wenn du jetzt weiter runterscrollst, kannst du einmal in den Koran suchen und auch in den Hadithen suchen. Wir gehen aber zu der Sektion, wo Koran ist. Hast du? Hallo. Kann ja nicht reden, ne, wenn ich im Handy bin und suche. Ach so, hast du kein zweites Handy oder so ein Laptop? Nee, du hast nicht. Ich bin gerade auf Arbeit, ich sitze in meinem Werkstattwagen. Ach, egal. Guck mal, die Frage ist ja gestellt. Es gibt so viele Muslime bei dir im Chat. Vielleicht kann ja einer hochkommen und die Frage beantworten. Ich glaube, die meisten sind ja gerade irgendwo auf der Arbeit oder was, keine Ahnung. Ja, ich leider auch, wäre ich zu Hause, hätte ich geguckt. Wie gesagt, gestern haben viele gesagt, auch andere Streamer, auch andere Christen haben gesagt, es gibt diesen Vers nicht. Deswegen kann keiner das beantworten. Ich kann es irgendwie nicht glauben, aber das wäre ein Totalschaden. Ja, deswegen wollte ich ja selber direkt suchen gehen, ne? Ja. Ja, wenn das so ist, dann kannst du den ja auch fragen. Wo sagt Allah, dass er Gott ist, wenn sie uns vorwerfen, wenn sie sagen, wo sagt Jesus, er Gott? Deswegen, weil die verlangen ja so expliziten Vers und weiß was ich was, obwohl das für uns ja klar ist, aber wenn die blind sind, sehen sie sowieso nicht. Ist ja egal, auf jeden Fall wäre es eine Gegenantwort, da zeigt uns mal, wo Allah von sich selbst sagt, ich bin Gott. Ja, richtig, genau. Aber dann kann man das gegen sie verwenden, hast du schon recht. Ja. Wie gesagt, ich gucke auch im Chat. Es gibt jetzt auch keinen Muslim, der jetzt sagt, da und da. Egal, Amir, auf jeden Fall. Hallo, Gottes Segen. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dir auch. Ich schaue nach, wie heißt es, searchtruth.com? Ja, genau, searchtruth.com. Ja, ich bin drauf. Und dann gehst du runter in dieser Sektion, wo Koran steht. Ja. Und dann steht das Search in Koran, richtig? Ja. So, und dann gibst du bitte ein, das Deutsche, die deutsche Übersetzung. Da kannst du auswählen, welche Language, which Language. Ja. Ja, dann wählst du das Deutsche aus. Ja, wiss. Und dann schreibst du jetzt dahin, ich bin euer Gott oder ich bin Gott oder irgendwie sowas. Und dann siehst du schon die ganzen Verse, die da kommen. Mal gucken, was denn rauspuckt. Äh, so, schau mal nach. Da steht, nee, steht nicht drauf. Da steht, steht nur, ich bin Allah, ich bin euer Gesandter. Das ist nicht. Bruder, wir haben gestern bis 23 Uhr auf einen Muslim gewartet. Es gibt keine Antwort darauf. Steht nicht drauf. Ich wollte jetzt nicht mit der großen Klappe sagen, weil ich habe Angst gehabt, dass jemand was dagegen sagt. Gerade hat ein Muslim geschrieben, äh, suche drei Versen. Was? Suche drei Versen? Aber ich habe es gerade gelesen, das steht nicht da. Das ist praktisch, ist der Herr der Welt beschrieben und wir wissen, wer der Herr der Welt ist. Ja, laut 2. Korinther 4, 4 ist Satan der Herr der Welt. Genau. Also ein Muslim hat gerade Sura 69 geschrieben und hat praktisch sich selber Knockout gegeben, weil damit ist eigentlich Satan beschrieben. Ja, ich lese mal vor. Wahrlich, dies ist die Geschichte der Wahrheit und dies ist kein Gott außer Allah und Allah. Er ist wahrlich, der Allmächtige, der Allweise steht hier drauf. Allah sagt nicht explizit, ich bin Gott. Es wird Allah beschrieben als Gott. Ja. Vers 62 wo. Ne, also hier steht es auch nicht bei Search Truth. Ich bin jetzt nochmal durch, ich habe euer Gott eingegeben, das steht nicht drauf. Kannst du bitte Sura 3 Vers 62 wo lesen, bitte? Ne, habe ich ja gerade gemacht, das war das gerade gelesen. Nein, nein, bei mir kommt eine andere Sura. Soll ich auf Englisch bei Sura.com lesen im Moment? Ne, nicht Sura. Sura 3 Vers 42. Sura 61. Sura 42. Sura 3 Vers 42. Sura 62. Sura 62. Aber warum ist bei mir so eine lange, lange Vers und bei dir so kurz? Ich schließe mal bei Sura.com auf Englisch, Alter. Also du willst explizit hören, dass Allah sagt, ich bin euer Gott? Ja, die wollen das auch explizit von Jesus. Da können wir doch auch explizit von Allah verlangen. Nicht wo Allah als Gott beschrieben wird, sondern wo Allah selbst sagt, ich bin dein Gott, dein Schöpfer, dein Aschaffer. Was die alles von uns verlangen, können wir doch zurück verlangen. So, ich bin drauf. 20 Vers 98 hat jemand beschrieben. 20 Vers 98, ich gucke mir direkt. 20 Vers 98, okay. Euer Gott ist Allah allein, außerdem es keinen Gott gibt. Er umfasst alles mit seinem Wissen. Ja, das ist wieder eine Beschreibung. Keine explizite Aussage aus seinem Mund. Ja, aber Jesus wird ja auch nur als Gott von den Aposteln beschrieben und die akzeptieren das nicht, weil Jesus von sich selber nicht sagt. Und wir akzeptieren das ja auch nicht. Suche 4, 87. Ja, Suche 9, 5 ist natürlich der schönste Vers aus dem Koran. Der wundervollste, friedlichste Pferd aus dem Koran ist doch von 9, 5. Da kriegst du eine Sonderbehandlung von Allah und seinen Leuten. Warte, so 4, 87, ich schaue mir mal nach. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Und er ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage. Wer spricht denn da im Koran? Es gibt keinen Gott außer ihm. Das ist eine Beschreibung von einem Menschen, der gerade Gott beschreibt. Er wird euch. Das ist dritte Person. Nicht ich werde euch, sondern er wird euch. Ja, genau. Also spricht ein Mensch mit der Behauptung, dass Gott etwas machen wird. Verstehst du? So, da haben wir die Challenge. Amir, mein Bruder, ich danke dir. Okay, der hängt. 8, 9, Vers 14. Ich gehe das durch jetzt. Ich will das auch wissen. Okay, mein lieber Gott, ich rede mit dich. Amir, mein Bruder, vielen Dank, dass du mich hochgenommen hast. Ich muss weiterarbeiten. Dankeschön. Gute Fahrt. Gott segne euch. Ciao. Macht's gut. Ja, also das wäre nicht schlecht. Ihr seht ja immer wieder, dass Allah immer von der dritten Person redet. Einmal ist da er, wir, ich. Einmal spricht er auch in Ich-Form. Dann spricht er wie so ein König oder was wie in Wir-Form. Und dann spricht er aus der dritten Person, er. Das ist Wahnsinn. Voll verwirrend im Koran. Man merkt richtig, dass ein Mensch versucht, Gott zu beschreiben. Und das sehen wir durchaus die ganze Zeit durchweg im Koran. Ich, du, er, sie, es. Ja, genau. Ich, du, er, sie, es. Wir, ja, WH. Hast du ein persönliches Problem mit mir? Nein, warum? Was ist denn los? Mein Lieber, du hast doch ein persönliches Problem mit mir. Was? Du hast doch ein persönliches Problem mit mir. Nein, ganz und gar nicht. Doch, jetzt hör auf zu lügen. Aber ich versuche, ich versuche, Muslime reinzuholen. Weißt du, weil ich weiß ja, dass du ein Christ bist. Hast du einen? Ja, Leute, habt ihr es, er hat die Christ, ey, Rassist gegen Christen, habt ihr das? Habt ihr das aufgenommen? Habt ihr, ich weiß, dass du ein Christ bist. Nein. Ich weiß, dass du ein Christ bist, hab ich gesagt. Ich weiß, ich weiß, ich mach Spaß, ich mach Spaß. Die Muslime haben ja zwei Korane, ne? Einmal den von Hafs und einmal den von, also zwei Ur-Korane, ne? Einmal den von Hafs und einmal von Shudleb oder so, wie der heißt, ne, Amir? Wasch. Nein, nein, nicht Wasch, Shudleb, irgendwas mit S. Ach so, ich kenne nur diese zwei Versionen und dann gibt es noch andere Koran-Versionen, aber die kenne ich nicht meinen Namen. Okay, ganz wichtig, Leute, wisst ihr, dass Hafs ein richtiger Irrer ist? Und ein Dieb sogar ist? Ein richtiger Irrer und Imam Bukhari und Imam Muslim, die hassen den Hafs, die hassen den Abgrundtief, der wird kritisiert. Das ist alles historisch. Ihr folgt einem Koran von einem Irren. 90% der Korane sind ja von Hafs, ne, Amir, soweit ich weiß? Denn stell dir mal vor, die Muslime betiteln die Christen als Lügner und sagen, man darf niemals was von diesen christlichen Lügnern annehmen, aber haben kein Problem damit, von einem anderen Lügner ihren Koran überliefert zu haben, ne? Stell dir mal vor, einer von diesen christlichen Missionaren wäre in der Überlieferungskette des Korans. Meinst du, irgendein Muslim hätte das akzeptiert? Das ist, ey, mal eine ernste Frage, ne? So, äh, ich stelle dir ja keine Fragen, wir reden ja immer nur. Ähm, so, wo du noch Muslim warst, ne? Hast du nicht mal logisch nachgedacht und gedacht, ey, der Koran kam 600 Jahre später und behauptet, er wurde nicht gekreuzigt? Hast du nicht mal, was waren deine Gedanken? Ja, darüber habe ich sehr oft sogar nachgedacht, ne? Das war sehr, sehr schlimm. Und was hast du denn alles hinterfragt, sei mal ehrlich, was hast du denn alles hinterfragt von Anfang an? Ja, alles habe ich hinterfragt. Ich fing ja an, mit Mohameds Leben dann loszulegen und das Ganze dann aus der Perspektive eines kritischen, kritischen Geistes, ne? Und dann habe ich gemerkt, aha, der Mohamed ist also losgezogen, hat Dörfer angegriffen und sie zu seinem Glauben gezwungen. Sein Gott hat ihm das befohlen. Wer war dieser Engel, der ihm da in der Höhle begegnet ist? Warum wirkt dieser Engel ihn zu Tode? Warum sagt er ihm, dass er nicht lesen kann, obwohl er nicht ein Engel tun gewesen ist? Allah ihm gesagt hat, dass er nicht lesen kann. Warum macht er so ein Blödsinn? Ja, es sind nur einige von ganz vielen anderen. Die ganzen wissenschaftlichen Fehler da drinne und Widersprüche und alles Mögliche. Der Islam ist einfach ein menschengemachtes Buch. Ein menschengemachtes Buch. Der Koran meine ich. Der Islam ist eine menschengemachte Religion und der Koran ist ein menschengemachtes Buch. Hat nichts Göttliches. Aaron, Dieter, Jakob. Abu sei respektvoll. Ich bin doch respektvoll. Wo habe ich was Falsches gesagt? Ich sage nur das, was historisch bewiesen ist. Dass Hafs ein Irrer ist und von Imam Bukhari und Imam Muslim kritisiert wird von Anfang bis zum Ende. Und die Muslime folgen dem Koran. Von Hafs. 90 Prozent. Möchtest du noch was sagen, dann hole ich den nächsten rein. Du hast was gegen mich. Du hast was gegen mich. Amir. Amir. Nein, ich habe nichts gegen mich, aber. Amir, was hast du gegen mich? Ich hole jetzt den nächsten rein. Gott segne dich und deine Familie. Was hast du gegen mich, Amir? Amir, was? Das ist nicht normal. Ich gehe im Kindergarten. Wie geht's? Alles gut bei dir? Ja, aber mir ist alles gut bei dir. Ganz gut, danke. Aber ich glaube, manchmal stimmt was nicht mit dir, ne? Du greifst jedes Mal die Moslems an, jedes Mal andere Religionen und so weiter. Lass sie doch einfach in Ruhe. Du brauchst ja nicht hier zu sein, um mir zuzuhören. Nochmal was? Du brauchst ja nicht hier zu sein, um mir zuzuhören. Was ist das denn? War das meine Verbindung oder war das seine Verbindung? Ich habe auch so abgehört. Ja. Ich habe mal nur kurz eine Frage. Kannst du mir ein paar Stellen nennen für die Schia-Muslime, wo man kritische Punkte in den man sich vielleicht findet? Für die Schia-Muslime? Ja, ich habe hier einen Schia bei mir. Der ist ein bisschen offen für das Wort. Und das Problem ist, dass die ja sagen, dass Aisha halt 20 und so war. Also mit diesen Sachen kann ich nicht kommen. Du kannst dir die Koran-Zuche 65 Vers 4 zeigen, wo sein Gott sagt, dass sie frühpuportäre Kinder heiraten dürfen, die noch keine Venturation haben. Er darf dreijähriger heiraten, zweijähriger heiraten, vierjähriger heiraten. Das ist kein Problem. Das stimmt, das war ja auch richtig. Und dann durch die Aufsiegerin, die es beharrt ist, ich würde dann sagen, dass er halt so ein bisschen warten muss, bis da dran ist, bis da Fleisch dran ist. Ja, so eine Sekunde. Das war auch so im Koran richtig, ne? Ja, genau, Suche 65 Vers 4. Suche 65 Vers 4, okay. Du kannst ihn auch über die Urerei ansprechen in Suche 54 Vers 24. Die Schiiten praktizieren ja nach wie vor die Mutterhehe. Das heißt, man gibt der Frau ein wenig Geld und macht seinen Vertrag, fertig, dann gibt man der Frau ein bisschen Geld, dann lässt man sich auch wieder von ihr scheiden. Suche 45 Vers 25 war das, ne? Suche 4 Vers 24. Vers 24. Gut. Hast du noch ein paar? Ich denke, das reicht erstmal, wenn du das mit David konfrontierst, dann kannst du schon einiges da bewirken. Und dann musst du halt mit der Bibel den Herrn Jesus Christus dann ihm näher bringen. Dass der Herr Jesus Christus gesagt hat, dass man kein Kind anfassen sollte und dass man keinerlei Urerei praktizieren soll. Ein Mann und eine Frau werden ein Fleisch und sie, also sie werden ein Fleisch und man sollte nicht vier Frauen heiraten. Und du siehst ja, dass der Gott der Bibel etwas ganz anderes sagt, als der Gott des Islams. Naja, klar. Auch das mit den vier Frauen. So, dieser Typ ist auch eigentlich ein recht logischer Mensch. Also er wird doch das erkennen, ne? Dass das eigentlich nur zur Verbreitung des Islams dient. Also wenn du logisch betrachtest, ist das mit den vier Frauen einfach nur Kinderzeugen, Kinderzeugen. Ja, du kannst ihnen auch die Suche 33 Vers 50 zeigen, wo Gott sich Gedanken macht um die sexuelle Lust seines Propheten, also auch schlimm. Das ist schon richtig krass, Alter. Und dann erzählen mir die Leute, dass ich den Koran falsch lese und ich deswegen nicht verstehen will. Ja, halt dich. Aber, Amir. Ja, mein Lieber. Das war noch eine private Frage, also ich will dich jetzt nicht angreifen oder so, ne? Aber du, lass dir oft halt gerne drüber, ne? Aber ich verstehe das ja auch zum Teil, ne? Das ist für mich dann immer die Frage, soll man lachen oder weinen, so, ne? Wenn man dann so eine dumme Aussage hört. Ich sag, wenn die Muslime dann quasi kommen, ne? Die lassen sich ja nicht wirklich auf ein vernünftiges Gespräch ein und du lachst ja halt sehr, sehr oft darüber. Ja, wenn ich merke, dass diese Leute dann halt so überhaupt nicht mehr aufnahmefähig sind und dann einfach irgendeinen Quatsch erzählen, dann kann ich dich anders, weißt du? Ja, ja, ich sag ja, ich verstehe das hier. Ich sag ja auch entweder, also was soll man machen, lachen oder weinen? Du kannst ja nur eins von beiden dann in dem Fall, ne? Ja, genau. Dann kannst du ja dann aussuchen, ob du gerne weinen möchtest oder lachen möchtest. Ja, genau. Aber ich wollte dich nur fragen quasi, wie machst du das? Gehst du dann, wenn du dann alleine bist beispielsweise, gehst du dann in die Buße deswegen so? Also findest du, dass das falsch quasi, dass man, also findest du, du bist da nicht fleischlich, so in dem Moment, wenn du das machst, oder? Ja, man entschuldigt sich halt beim Herrn nochmal für dieses fleischliche Daherkommen, ne? Du weißt ja, wir sind ja immer noch in diesem sündigen Körper gefangen. Ja, natürlich. Und wenn das halt immer in mir hochkommt, dass ich dann halt immer diese Lacher bekommen habe. Aber es ist auch manchmal sehr, sehr lustig. Du siehst ja, dass die manchmal solche Antworten geben, wo man gar nicht anders kann als, boah, das geht ja nicht bei mir. Das ist sämtlich. Aber ich danke dem Herrn Jesus Christus auch. Also wenn ich bete, dann sage ich, ja, da gib mir mal eine Übertretung im Fleisch. Ja, sehr schön. Sehr schön. Nein, weil das wollte ich nur wissen, weil auch viele andere Geschwister, aber das weißt du ja wahrscheinlich, kritisieren, das ja ein bisschen, und das wollte ich, ja, ich wusste nicht, ob ich das verteidigen soll oder nicht, weil ich finde das gut, was du machst. Die Art und Weise vielleicht manchmal nicht gut, aber ich habe halt gesagt, wenn er ja letztendlich dann in die Buße geht dafür auch und weiß, dass er dann in dem Moment quasi fleischlich wird, dann bist du auf jeden Fall eigentlich an sich in meinen Augen in der gesunden Leere. Ja. 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 Möchtest du noch irgendwas wissen? Ne, das wäre es eigentlich, Bruder. Ja, danke auf jeden Fall für deine Arbeit. Möchte der Herr dir jeden Tag. Okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie, ja? Dankeschön, dich und deine Familie auch, Bruder. Okay, mein lieber Gott. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao. Boah, Doktor Schäfer war mir eine richtig große Nummer. Voll am Ende. Ich brauche auch was zu essen. Wie kann ich denn runtergehen hier? Ja, warte, ich dachte, sie hat sich selber rausgekickt. Nee, irgendwie komme ich nicht raus, ohne komplett loszugehen. Geh dünner essen, ja, geh dünner essen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen offline, ihr Lieben, und denke, dass ich eventuell später dann nochmal live komme, ne, wenn mein Bruder dann auch wieder am Start ist. Ein bisschen dann mit Abo-Hetzerei dann zusammen. Und, äh, dann können wir wieder gute Themen aufmachen, oder was, ne? Gott segne euch, ihr Wundervoll, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, sein Angesicht über euch leuchten lassen. Haltet am Herrn Jesus Christus fest. Das kann ich euch immer wieder nur wärmstens ans Herz legen. Denn, gerade in dieser schwierigen Zeit, jeden Tag kann es losgehen. Und der Herr Jesus Christus kann jeden Tag hier hinkommen und zur Entrückung ansetzen, ne? Denn der Herr sagte ja, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, unerwartet. Und dann auf einmal haben wir uns nicht vorbereitet. Das ist natürlich dann ärgerlich, ne? Deswegen sage ich dir auf diesem Wege, mach dir nochmal Gedanken und kehre um zum Herrn Jesus Christus und rette deine wundervolle, kostbare Seele an jeden Einzelnen, der hier drin ist. Ich liebe dich. Ich liebe auch diejenigen, die mich beleidigt haben und mich bedroht haben. Denn Jesus Christus hat seine Liebe in unserem Herzen ausgelassen. Und erst der Herr, der du auch bist. der durch in der Bibel beschrieben hat dass da nichts von Jesus von ihm da weg ist in der Bibel und wenn es so geht dann zähle sie zu deinem Christen und lasse sie auch im Buch des Lebens verzeichnet sein Herr Jesus Christus du bist mein Herr und mein Gott von uns und dein Herz für jeden Einzelnen und er das hört dass du für ihn da bist so ich will lösen gerade in seinem Leben hier das du weckst 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 vor der Heilige und hier beten wir beten wir mit deinem heiligen Namen Amen Herr Jesus Christus, er hört alles. Der Herr Jesus, er hört unsere Bete. Amen. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch Gottes Segen. Erhalten am Herrn Jesus Christus fest und lasst euch nicht unterkriegen von keinem. Steht zum Herrn Jesus Christus und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken des Teufels. Gottes Segen und eventuell dann bis später, ja? Gott segne euch. Bleib standhaft, genau. Warte, Armin, was denn? Was ist denn? Möchtest du noch was sagen, Daniel? Hallo, hörst du mich, Brun? Ich höre dich, ja. Ja, sorry, Bruder. Ich habe nur noch eine ganz, ganz wichtige Frage an dich, die muss ich dir aber privat stellen. Das ist jetzt nichts vor 200 Leuten. Wenn es geht, du bekommst ja, glaube ich, viele private Nachrichten. Würdest du auf den Chat einmal schauen, bitte? Dann schreibe ich dir einmal. Ich gucke gleich mal. Ich weiß ja gar nicht, wer da alles schreibt. Manchmal, ich habe gar keine Lust mehr, da irgendwo in Instagram reinzugeben oder Facebook oder sowas. Und hier auf TikTok, das macht mich wahnsinnig ehrlich. Da kommen ja auch zigtausende von Nachrichten, die von der anderen Seite sind. Ja, ich weiß. Deswegen wollte ich dich darauf hinweisen, dass ich dir gerne schreiben würde, weil sonst wirst du mal eine Nachricht wahrscheinlich nicht lesen, weißt du? Ja, ich gucke gleich mal, wie ich das gesagt mache. Okay. Soll ich dir auf Insta schreiben oder auf TikTok? Ja, kannst du auf Insta schreiben. Okay. Okay, ihr Lieben. Dann hören wir uns dann eventuell später. Ich bin gerade sehr, sehr hungrig und ich kriege übel schlechte Laune gleich. Man merkt das schon, ja? Ja. Nee, segne dich, Bruder. Bis später, ja? Gott segne euch, ihr Wunderbeut. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.